Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Actionkult. Und heute wird es wirklich, ja, kultig kann man sagen, denn ich rede mit meinem Gast über eine wunderbare alte Retro-Serie. Kann man das sagen? Retro-Serie. Ich spreche heute über das Trio mit vier Fäusten mit dem Michael vom DAS Podcast. Hi Michael. Moin. Das fand ich ganz witzig. Alt und Retro ist schon doppelt gemoppelt, glaube ich. Ist das schon doppelt? War eins zu viel, oder? Es tut mir leid. Sorry. Hey Michael, hast du heiß? Bist du im Schwitzen? Also ich bin ja vor einer Zeit umgezogen und ich wohne jetzt in der Dachgeschosswohnung und es ist kein wahres Vergnügen. Ich sitze aber jetzt im Schlafzimmer mit Rollo runter. Es ist erträglich, sagen wir mal so. Wenn man viel trinkt, ist es erträglich. Der Michael sitzt da in der Unterbuchse und im John McClane T-Shirt und alles gut. Kurze Hose, aber Unterbuchse wäre auch gegangen. Hat keiner gesehen. Aus der Spiegel, der da hinter dir ist, der alles verrät. Egal. Hey, Michael, wir haben heute ein Projekt für uns, das hat uns jetzt ein bisschen auf Trab gehalten, oder? Ja, ist schon einiges zu gucken und zu schreiben gewesen. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, die Idee hatten wir letztes Jahr, oder? Und ich glaube, ich habe dir dann auf Weihnachten die Box zukommen lassen. Ja, vielen Dank nochmal. Kein Problem, kurz vor Weihnachten. Und die Idee war wirklich, nachdem ich ja mit dem Spike im letzten Jahr über das A-Team gesprochen habe, habe ich gedacht, hey, es gibt noch diese andere Serie, von der ich nur fragmentarische Szenen im Kopf hatte, aber kaum eine ganze Episode. Und habe dann mit dem Michael geredet, ob das für ihn ein Thema wäre, Trio mit vier Fäusten. Und so haben wir uns drauf geeinigt, wir machen ein Komplett-Rewatch, jeder zu Hause in seiner kleinen Wohnung, ja, oder im Haus. Und werden dann, wenn wir das abgeschlossen haben, darüber genau diese Folge aufnehmen, wo wir einfach nochmals unsere Gesamteindrücke zur Folge bringen, unsere Flop-Listen und Top-Listen, wo einige mehr oder weniger Mühe hatten, diese fertigzustellen, oder, Michael? Ja, das kann man so sagen. Diese Serie nochmals so ein bisschen aufleben zu lassen, denn ich bin der Meinung, nicht jeder kennt sie. Und wer sie kennt, der wird sehr wenig Material finden. So ein Podcast gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei Episoden von anderen Caster draußen im deutschen Raum. Im Englischen habe ich auf die Schnelle gar nichts gefunden. Das hat mich brutal überrascht, das im Amerikanischen. Und deswegen machen wir es auch, Michael. Aber wir, wir haben uns durch die ganze Serie gefeiert, durch 56 Folgen, drei Staffeln, haben uns alles angesehen, um euch was Geiles auf die Beine zu stellen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und der Vergleich mit dem A-Team ist auch gar nicht so verkehrt, weil mir fallen jetzt auf Anhieb drei Parallelen ein. Okay, dann erzähl mal, was sind die Parallelen? Zum einen der Soundtrack ist von Mike Post und Pete Carpenter. Ich meine, das müsste bei beiden so gewesen sein. Ausführender Produzent Stephen Jay Cannell oder Cannell. Und eine Darstellerfigur. Kommen wir ja nachher noch zu. Da kommen wir auch noch zu. Aber ja, das sind diese Pillars, diese Pfosten, die stehen da. Das ist richtig. Aber lasst uns dann später nochmals schauen, ob es wirklich so ein Bruder- oder Schwester-Serie vom A-Team ist. Denn ich bin da nicht mehr so ganz sicher. So ganz kurz, du hast es schon gesagt, die Serie wurde produziert von Stephen Jay Cannell und Frank Lupo. Die haben auch Hunter verbrochen, Stingray, 21 Jump Street und Battlestar Galactica. Die Serie wurde produziert von 1984 bis 1986. Also das ist schon alter Schunken quasi, was wir hier nochmals besprechen. Aber um was geht es eigentlich? Um was handelt es das Trio mit vier Fäusten? Es geht im Wesentlichen um zwei Freunde, die sich als Privatdetektive selbstständig machen wollen. Und die dann überlegen, wen sie als dritten Mann an Bord nehmen. Und sich dann daran erinnern, Mensch, da war doch der und der. Und den holen sie dann erst mal ab. Und holen ihn da aus so einer sehr schrägen Situation heraus. Und ja, ähm, es ist, ähm, genau. Und sie übernehmen dann halt Fälle, haben dann halt auch so einen Antagonisten, der sie nicht so mag und so, wie es halt in so Serien auch so üblich ist. Und geraten auch immer mal wieder in eine Schießerei oder in eine Verfolgungsjagd oder Schlägerei. Schlägerei, sonst hieß es ja auch nicht Trio mit vier Fäusten. Das kann man natürlich auch drüber streiten, ob jetzt der Titel cool gewählt ist oder nicht cool gewählt ist. Moment, aber ich muss noch kurz sagen, das heißt ja nur immer in der deutschen Fassung Trio mit vier Fäusten. Ja, genau. Und das Original ja Riptide. Riptide, genau. Und ich fand es noch witzig, als ich einer Arbeitskollegin gesagt habe, ja, wir rewatchen gerade diese Serie da, Trio mit vier Fäusten. Ihre Antwort war, ja, aber okay, ich finde jetzt die Bud Spencer- und Terrence Hill-Filme gar nicht mehr so prickelnd. Da muss ich sehr lachen. Aber das ist für mich auch so ein Ding, weißt du, hätte ich gesagt, wir rewatchen gerade Nightrider. Ah ja, klar, Kit und Michael machen voll klar. Ich glaube, das Trio mit vier Fäusten ist bekannt, aber nicht in dem Maße populär, wie es das A-Team oder Nightrider war. Ich würde es mal so sagen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, welches Alter du bist. Die Leute, die damals, so wie ich, nur ZDF und ARD und so hatten, für die war das das Einzige, was sie in der Richtung gucken konnten. Die kennen das auf jeden Fall. Weil es gab damals fünf, sechs Serien so auf ARD und ZDF, die so in diesen Krimi-Action-Bereich gingen. Das war Trio mit vier Fäusten, Ein Colt für alle Fälle, das A-Team, Hart aber herzlich. Dann gab es noch die Fälle des Harry Fox, das war so ein bisschen Krimi-Comedy und viel mehr gab es dann auch nicht. Miami Vice kam dann irgendwann, aber man hatte nicht dieses Repertoire, wie später in den 90ern, als RTL und so weiter dann dazu kam. Und das muss man wissen, weil ich glaube, das hat der Serie ein Stück weit auch gut getan. Und ich hatte gelesen, es wurden, glaube ich, bis auf zehn Folgen alle ausgestrahlt damals. Ja, also das heisst, du sagst, eine gewisse Populatär war auf jeden Fall da. Das bestreite ich gar nicht. Aber ich bin der Meinung, auf keinem Schulhof in den 90ern wurde Trio mit vier Fäusten nachgespielt. Das kann sein. Das Knight Rider und das A-Team aber schon. Das ist so, wie ich das empfunden habe. Ich bin Jahrgang 83. Trio war nie ein Thema bei einem meiner Freunde oder bei mir. Erst jetzt im hohen gesetzten Alter von 40. kann man sich das mal erlauben, das auch zu zelebrieren. Und ich finde es eigentlich schade, dass es nur eine kleine Stufe unter den beiden genannten zu finden ist. Ich finde es ein bisschen schade. Aber deswegen machen wir ja diesen Cast jetzt, um ein bisschen die Popularität aufleben zu lassen. Aber du bist auch acht Jahre jünger als ich. Acht Jahre? Echt krass. Ich bin 75 geboren. Ich fühle mich gerade wieder jung jetzt. Danke, sehr gut. Und du hast mehr Haare als ich. Das ist doch auch schön. Steven J. Connell hat eigentlich mal gesagt, diese Serie ist seine persönliche Hommage an Detektivserien der 70er Jahre. Er hat betont, die Serie soll Spaß machen. Und er will einfach dem Zuschauer eine unterhaltsame Zeit bescheren. Ich würde, das kann ich schon mal sagen, das hat er erreicht. Das hat die Serie vollends erreicht. Oder? Ja, auch, ich würde auch sagen, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort, aber auch so die Bandbreite. Du hast einerseits so ein bisschen Folgen, die extrem gagamäßig wirklich extrem lustig sind, teilweise schon total überdreht sind. Du hast Folgen, die relativ spannend sind. Du hast auch mal einen Krimi-Twist. Und du hast eben auch so zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen, die wirklich deep gehen, wo man wirklich von emotionalem Tiefgang sprechen kann. Und das, finde ich, ist schon ganz gut gelungen. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin jetzt schon wirklich gespannt auf deine Top-5 und auch Flop-3-Folgen, die wir später gegen Ende dieser Episode auch benennen werden. Denn vielleicht haben wir eine komplette Überschneidung. Es kann sein. Es könnte sein. Es muss aber nicht. Aber vielleicht sind ja wirklich Überschneidungen drin. Und wenn nicht, auch gut. Kein Problem. Hey, gedreht wurde die Serie ja am Redondo Beach in Los Angeles, dass King Harbour spielt. Das ist der fiktive Platz, wo die Yacht, die Riptide, gelegen ist. Und da auf der Riptide ist ja das Hauptquartier dieser kleinen Detektei. Ich war ja vor Ort, ohne es zu wissen. Und das fand ich irgendwie geil. Und ich habe dir das Foto ja geschickt. Ich auf dem Pier. Ich glaube, ich habe da Riptide nicht im Kopf gehabt. Ich war mit meiner Freundin da in Los Angeles. Und uns wurde gesagt, der Redondo Beach ist ein cooles Pier. Da kann man toll shoppen gehen, toll essen gehen. Haben wir auch gemacht. Und ich weiß, ich habe für meine alte Website, die ich damals geführt habe, Scene in a Scene, gesehen in einer Szene, habe ich einen Artikel schreiben wollen über das Restaurant von OC California. Okay. Denn die Kids da sind immer in diesem einen kleinen Restaurantteil gewesen, auf dem Redondo Beach. Ich glaube, das war das. Das habe ich nie gesehen. OC California, nur von gehört. Ist ganz okay. Zwei Staffeln lang okay. Die letzte Staffel ist eine Katastrophe. Wanns vier? Drei Staffeln okay und eine scheiße. Teenager-Serie? So coming of age? Ja, voll. Aber eine gar nicht so schlechte. Und halt die Musik völlig ikonisch. Und dann war ich da halt auf diesem Pier, habe das Foto gemacht. Und immer wenn ich da ein Riptide gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich war wohl schon da. Und du hast dieses eine Gebäude im Hintergrund, dieses komische Turmteil, das du in der Serie immer wieder siehst. Und ich, ja, ich war ja da. Ich habe dann ein Selfie von mir gemacht. Super peinliches Selfie. Was für einen Teil meinst du genau? Das ist so ein Turm-Hintergrund, der da steht. Ah, okay. Dieses tubenartige Gebäude da. Ich kann es nicht beschreiben. Und ja, ich war da, habe aber die Riptide nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Und auch weder Cody noch Nick noch Murray gesehen, wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe keinen Schnauze gesehen. Was war für dich deine erste Begegnung mit dieser Serie eigentlich? Wie kam es dazu? Weißt du das noch? Ja, ich denke, es wird wirklich diese Zeit ZDF gewesen sein, wo ein Cold for alle Fälle und so weiter auch lief. Und irgendwie ist man dann auch darauf gestoßen. Kann auch sein, dass da auch von in der Schule erzählt wurde. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Es ist halt wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich meine, 84 bis 86 produziert. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, wann es jetzt ausgestrahlt worden ist. Das hat ja bei US-Serien teilweise sehr lange gedauert, wenn es im Kabel kam. Aber ich glaube, bei den öffentlichen rechtlichen ging es meist relativ zügig. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an Trio mit vier Fäusten denkst? Beim A-Team ist es für mich immer klar, das erste Bild, was ich beim A-Team sehe, ist B.A. mit seinen Goldketten. Ja. Das Erste, woran ich da denke, kann ich dir gar nicht so hundertprozentig sagen. Roboss. Der Roboss. Roboss, die Screaming Mimi. Ja, würde ich schon sagen, dass das so ikonische Sachen sind, an die man denkt einfach. Ich denke, wenn man diesen rosa Helikopter sieht, dann weiß man sofort, um welche Serie es geht. Wenn man den Pick-up sieht, dann weiß man sofort, um welche Serie es geht. Und ich denke, das ist ja auch schon so ikonisch gedacht. Also ich meine, auffälliger als ein rosa Helikopter geht ja noch wirklich kaum. Also das geht wirklich kaum, ja. Trotzdem sind hier extrem ikonische Gefährte, auf die kommen wir noch zu sprechen. Vehikel. Vehikel. Dann hast du alles drin. Stimmt, richtig. Danke. Es ist ja nicht nur ein Gefährt. Richtig. Aber ist das nicht einfach nur, wenn man sich so anhört, du hast hier Leute, gut, hier hast du Detektive, beim A-Team hast du Ex-Soldaten, die aber auch irgendwie Detektivarbeit machen, könnten die Leute abhören, die versuchen, Lebensumstände von Unschuldigen zu verbessern oder zu ändern oder zu beschützen. Du hast die Thematik mit dem Vietnamkrieg. Du hast einen Gegenspieler, der für eine Polizei arbeitet, ob es jetzt eine normale Polizei oder eine Militärpolizei ist. Ist das nicht einfach das Gleiche wie das A-Team in einem anderen Gewand? Ja. Manchmal könnte man das denken. So nach dem Motto, ach, die haben ja noch so viele Ideen, aber die passen beim A-Team jetzt nicht rein. Dann machen wir noch eine Serie hier so ungefähr. Nein, ich würde schon sagen, es gibt Parallelen. Es gibt aber auch Unterschiede. Zum einen ist beim A-Team, glaube ich, in 90 oder 100 Folgen oder wie viele das jetzt sind, sind, glaube ich, vier Charaktere, wenn überhaupt, gestorben. Und da stirbt es sich beim bei Trimium mit vier Fäusten doch schon etwas mehr, etwas besser. Und ich würde auch sagen, dass die Geschichten und was passiert auch teilweise etwas ernster sind. Beim A-Team ist das teilweise schon sehr kindisch. Dwight Schulz hat ja damals auch gesagt, ja, Leute, wir machen hier eine Kinderserie. Hier fängt ihr euch damit ab. Und ich glaube, bei Trimium mit vier Fäusten hat man schon wirklich auch Szenen, auch wirklich auch Geschichten, die, wo ich jetzt wirklich sage, das muss jetzt kein Achtjähriger unbedingt gucken. Alles, was du gesagt hast, kann ich sofort bejahen. Und da kommt noch was anderes hinzu. Und zwar, wenn ich jetzt den Vergleich zum A-Team, da hat man ja nach einer Staffel A-Team etwa bemerkt, hey, wir können hier so ein Muster erstellen, das praktisch für jede Folge gilt. Du kannst wirklich einen Raster drüberlegen und praktisch jede Folge, Ausnahmen bestätigen, die Regel, hat den praktisch gleichen Ablauf. Ja. Das hast du bei Riptide aber nicht. Nee, nee. Es gibt schon, sagen wir mal, diverse Muster, die halt schon drin sind, aber es ist nicht ganz so extrem stur wie beim A-Team durchgezogen. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Jetzt auch die, was beim A-Team irgendwann ein bisschen zum Running Gag wurde, die Schlägereien, die fangen irgendwann einfach nur noch so an, dass alle vier Hauptdarsteller, die kommen angeflogen und dann geht es auch die übliche Rauferei, aber die kommen immer geflogen. Das hast du hier nicht. Hier hast du diese Comichaftigkeit nicht und ich glaube einfach, das war, weil das A-Team so überdermassen populär wurde, auch bei den Kids, dass man gedacht hat, hey, wir müssen das auf Jahre weiterziehen. Lasst uns einfach generische Storys aufbauen mit irgendwelchen Opfern, ob die jetzt einen Bauernhof haben, der abgerissen werden soll oder einen Laden irgendwo oder ein Taxiunternehmen oder Feuerwehr oder egal was. Es ist scheißegal. Praktisch jede Folge A-Team läuft genau gleich ab. Das meine ich nicht wertend, denn ich bin immer hochgradig unterhalten gewesen vom A-Team. Hier ist was anderes. Du hast eigentlich nie eine Ahnung gehabt, was für eine Art Folge du jetzt bekommst. Ich würde aber jetzt, eine Sache würde ich dir widersprechen. Es ist die viel gescholtene vierte oder fünfte Staffel beim A-Team, aber da sind schon diverse Änderungen auch drinnen, würde ich mal sagen. Sie ist nicht wirklich gut, das Finale ist scheiße, also das ist eine sehr enttäuschende Folge. Ja. Es gibt tatsächlich ein paar ganz gute Folgen tatsächlich in der Staffel und es stirbt sogar tatsächlich mal jemand, aber ich würde ja schon recht geben, dass diese extreme Struktur, ich glaube, das ist auch das, was viele Leute beim A-Team auch nervt, dass man halt immer das, fast immer das Gleiche sieht. Manche, für manche mag es beruhigend sein, man weiß, was man kriegt, aber ich glaube, wer da ein bisschen Abwechslung haben möchte, der ist beim Trio doch etwas besser aufgehoben, da gebe ich dir recht. Ja, und beim A-Team war es dann vor allem Staffel 2, 3, 4, die so generisch waren eigentlich, wo die Fälle wirklich fast austauschbar waren. Staffel 1 war noch ein bisschen wilder, da haben sie noch experimentiert ein bisschen, das fand ich eben geil bei Staffel 1 und Staffel 5 beim A-Team war ja wirklich, man hat die Serie und man versucht, in eine andere Richtung zu schubsen, man hat merkt, das funktioniert nicht mehr, wir brechen das Ganze ab, das macht keinen Sinn. Wenn mich nicht alles täuscht, aber auch schon aufgrund einbrechender Quoten, man hat gehofft, das auf die Weise retten zu können, ne? Ja, auf jeden Fall, klar, die wollten vielleicht noch eine sechste Staffel machen, ich weiß es nicht ganz genau, aber die fünfte Staffel war dann noch 12, 13 Folgen, glaube ich, die war dann auch schnell vorbei und ganz ehrlich, ich finde zum Glück, denn ich finde die fünfte Staffel A-Team, abgesehen von vier, fünf Folgen, nicht brauchbar, bin ich ganz ehrlich. Ich muss dann ehrlich sagen, wenn du das A-Team schon ansprichst, mir gefallen da am ehesten, glaube ich, auch die Folgen, wo die Action immer noch Laune macht, also manche Folgen, die sind richtig gut gemacht, immer noch, die Storys sind irgendwie doch sehr nebensächlich, würde ich mal sagen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir im Grunde genommen mit dem A-Team eine reine Action-Serie haben und mit Triumph für Fäusten gilt oder galt damals als Krimi-Serie. Deswegen ja auch die Krimi-Twists und die Kriminalfälle. Das ist schon ein klarer Unterschied, würde ich sagen. Ja, es ist eine Krimi-Serie mit stellenweise sehr leichtem Ton und einem netten Action-Anteil. Es ist keine rein rassige Action-Serie, aber in den Action-Sequenzen siehst du halt die Verwandtschaft zum A-Team auch. Obwohl es nicht so dermaßen überspitzt ist, aber auch von der Musikalität her, du weißt einfach, ja, das ist jetzt quasi der Cousin vom A-Team, der da mitfährt kurz in der Runde. Das finde ich immer sehr sympathisch auch. Das stimmt. Wobei die Action manchmal etwas ausufernder ruhig sein könnte. Also es gibt schon viele Folgen, wo auch nicht so viel passiert. Das ist auch einer der Gründe übrigens dafür, dass mir diese Top-Liste extrem schwer fällt. Weil du hast, kann ich ja jetzt mal kurz anreißen, die eine Folge ist mega urig, die nächste Folge hat super geile Action und die dritte Folge, die bringt mich zum Weinen. Aber es gibt wenig Folgen, wo alles zusammenpasst. Und das ist, glaube ich, das, was es für mich schwierig macht, zu überlegen, welche Top-5 ich jetzt auf die einsame Insel, auf die berühmte, mitnehmen würde. Lass uns mal über das Team sprechen, über das Trio mit vier Fäusten. Lass uns mal starten bei Cody Allen, okay? Den Charakter Cody Allen, der hat ja im Vietnamkrieg gedient. Ja. Typus Sonnyboy, würde ich sagen. So Surfer, Surferjunge, ausgewachsener Surferjunge eigentlich, oder? Schürzenjäger, ein bisschen auch. Also nicht der schlimmste Schürzenjäger überhaupt, aber man merkt schon so ein bisschen, ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, er ist auch so ein bisschen einer der ernsteren, oder er kann auch ernster werden. Weisst du, wie alt die Figur Cody Allen etwa ist? Nein. Ich glaube, circa Mitte 30. Das kommt hin, ja. Er erwähnt in einer Folge der dritten Staffel, glaube ich, auch, ich werde in zwei Jahren 40 oder sowas. Ich glaube, es wird erwähnt irgendwo. Er hat studiert. Ja. Also er hat mal studiert. Ihm gehört auch die Riptide, also das Hausboot und Hauptkotierter Detektei. Und ihm gehört auch das, die Ebtide gehört auch ihm, das Motorboot, oder? Das gehört auch ihm, ja. Und er hat noch ein Jeep, oder? Ein Auto. Also diesen Jeep, dieses Auto, das hat er auch noch. Genau. Er hat drei Fahrrad, drei Vehikel. Genau, genau, genau. Willst du ihm was über Harry King erzählen? Genau, also Harry King, im Deutschen übrigens gesprochen von Thomas Petrou, falls es interessiert. Harry King ist übrigens 48 geboren und ist heute 75 Jahre. Was ich herausgefunden habe, ist, dass alle Hauptdarsteller noch leben. Alle drei Synchronsprecher sind allerdings mittlerweile tot. Wolfgang Ziffer erst letztes Jahr. Krass, oder? Ja. Hast du Harry King noch in anderen Werken im Gedächtnis? Im Gedächtnis nicht, aber ich habe ein bisschen Recherche getrieben und zunächst mal finde ich erwähnenswert, dass er weitläufig verwandt ist mit einem US-Senator und mit jemandem, der die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet hat. Also weitläufig, so um 2000 Ecken wahrscheinlich dann. Seine bekannteste Rolle, und das geht, glaube ich, auch für alle drei, ist diese Hauptrolle in Riptide oder Triemann für Fäusten. Er war außerdem zu sehen in von mir noch nicht gesehenen Filmen die Klasse von 84. Ja, da habe ich auch bei mir auf dem Pile of Shame rumgeliefert. Er war auch länger zu sehen in Mero's Place, ist, glaube ich, auch eine recht bekannte Serie. Er hatte ansonsten halt sehr viele Gastauftritte in verschiedenen Serien und war bei einer NBC-Serie namens Titans mit Jasmin Bleece und das ist eine von den Baywatch-Nixen. Wissenswert finde ich auf jeden Fall noch, dass er zuvor erfolglos für die Rolle des Han Solo in Star Wars vorgesprochen hat und dass er sie dann aber bekam in einer Radio-Fassung. Ja, immerhin. Ja, das wäre so das, was ich so in, glaube ich, so in recht kurzen Worten mir noch zusammengesucht habe vor dem Podcast. Ich kann noch anmerken, er hat in einem sehr frühen Sylvester Stallone-Vehikel mitgespielt und zwar in Lords of the Flatbush hat er eine größere Rolle gehabt. Auch auf meinem Pile of Shame ist noch nicht geschickt. Der sagt mir überhaupt nichts. Also ich kenne diesen komischen Nachtfalken oder so, aber der sagt mir jetzt überhaupt nichts, was du mir jetzt gerade gesagt hast. Übrigens, Perry King auch noch zu sehen im Roland Emmerich-Klassiker Day After Tomorrow als US-Präsident. Stimmt. Das hattest du auch mal erwähnt. Genau. Richtig. Lass uns mal weitergehen zu Nick Ryder. Der hat ja Cody beim Militär kennengelernt. Er ist Pilot. Ihm gehört die Screaming Mimi, das ist so ein Hubschrauber, da kommen wir noch drauf, und eine rote Corvette C1. Nick ist so eher der typische kernige Action-Man. Auch gut aussehend. So ein bisschen typos, harte Schale, weicher Kern? Extremer Frauentyp auch, ne? Schon wieder. Das wird ja auch immer wieder auch erwähnt, dass die Frauen eher auf Nick abfahren und dass die ja auch so einen gewissen, so einen gespielten Streiter auch haben und sich da teilweise auch so ein bisschen an die Karre fahren und so. Das ist schon teilweise schon, ich sag mal so, es ist eine zum Teil auch toxische Freundschaft. Aber, ja, die haben manchmal ziemlich doofen Streit, das gebe ich voll zu, aber jetzt verglichen mit einer anderen tollen Serie von früher, Starsky und Hutch, was du die kennst. Da hat ja der Starsky oder auch der Hutch, in jeder Episode hatten die eine andere Freundin. Wirklich immer, da kam keine zweimal. Das war hier aber nicht so ein Trio. Ja, die hatten gerne schöne Frauen, die haben sie angeschaut, die haben die Kommentare gemacht, aber es war schon zurückhaltender, als es hätte sein müssen. Ja, also, das Frauenbild der 80er haben wir schon mal angesprochen, das ist bei diesen Serien problematisch. Ich finde aber, wenn man es mit Nightrider oder so vergleicht, ist Dream mit Vier Fäusten wirklich noch harmlos. Du hast zwar vielleicht mal eine Szene, wo man halt mal, keine Ahnung, mal eine Darstellerin ein durchsichtiges T-Shirt trägt oder mal ein Bikini oder so, aber ich finde, es ist noch im Rahmen und du hast ja auch die ein oder andere etwas stärkere Frauenfigur. Ja, ja. Und vor allem, hey, 80er Jahre, ich denke mal zurück an die großartige Kelly Bundy, Christina Applegate. Wenn ich da an die 80er denke oder andere Damen, die dann auch uns Männer haben und ich weiss nicht, warum man das gemacht hat, das fällt mir rückblickend einfach extrem auf, wie viele dieser Frauenfiguren BH-los in weissen T-Shirts mussten über den Bildschirm flirren, damit wir so einen kurzen Nippelabdruck haben sehen dürfen. finde ich schon teilweise grenzwertig, rückblickend. Ich bin natürlich auch dankbar den Machen an dieser Serie, diese Momente, aber rückblick, muss ich sagen, ui, das ist schon krass. Man schaut gerne hin, aber ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht, ja. Am Set, wie ging das dann damals? Nein, dear Christina Applegate, kannst du bitte dein BH ausziehen, damit die Männer was zum Abgeilen haben? Super, danke. Im Grunde genommen sprichst du es schon an. Das größere Problem sehe ich eigentlich eher darin, wie ist mit den Frauen am Set umgegangen worden? Also, war das vor der Kamera genauso wie hinter der Kamera? Und ich glaube, das war noch eine Zeit, wo Frauen gerade in diesen Nebenrollen, ich glaube, das war nicht immer der einfachste Job, sage ich einfach mal so. Nein, 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 und wir wissen ja genügend Storys über Hollywood und über Weinstein und was auch immer alles passiert ist. Auch schon viel früher, 50er Jahre und so war genauso schlimm. Hitchcock auch. Ja, aber nochmals müssen wir auch sagen, wir haben nicht Schlechtes über Riptide gehört. Müssen wir gerade mal sagen, wir wissen nicht Schlechtes über Riptide und Produktion. Das ist einfach nur ein generelles Statement jetzt gewesen, Frauen hatten es nicht immer leicht an Sets. Ich denke, es wird heute massiv besser sein, aber vielleicht auch nicht immer ganz gut. Nick Ryder ganz kurz, gespielt von Joe Penny, Magst du was über Joe Penny sagen? Genau, Joe Penny ist übrigens 56 in London geboren. Stopp, jetzt kommt meine Frage, ich komme gerade sofort. Jahrgang 56, Jahrgang 48, hast du diese acht Jahre Alter, sind doch acht Jahre, acht Jahre Altersunterschied zwischen den beiden bemerkt? Ich glaube, wenn man darauf achtet heutzutage, merkt man schon, früher hat man sich da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, die sind gleich alt. Nee, das habe ich nicht gedacht, vielleicht auch durch seinen Schnäuzer. Ich habe gedacht, Nick ist älter, wenn schon. Weil er für mich älter und kerniger ausschaut. Ach so, nee, wenn, dann hätte ich Cody schon für älter gehalten. Echt? Ja, durch den Schnäuzer und so. Ja. Joe Penny wird übrigens gesprochen von Ulrich Gressiker und den möchte ich ganz kurz erwähnen, weil das ist so eine richtige Ikone der 80er gewesen, bevor er sich leider suizidal aus dem Leben befördert hat, kann man das so sagen? Der ist ganz, ganz viel zu hören. Michael Biehn spricht ja zum Beispiel und das war so eine richtige geile Stimme, die hörst du in fast jeder zweiten Serie, in fast jedem zweiten Film. Deswegen will ich ihn kurz erwähnen. Der Joe Penny selber hat übrigens Nachträume mit vier Fäusten, wusstest du das? Eine weitere Serie gehabt, die ähnlich erfolgreich war. Jake and McCabe. Genau, mit William Conrad zusammen. Ja, und ich habe verzweifelt versucht, mir diese Serie zu kaufen. Die kostet momentan Schweinegeld, wenn du sie irgendwo bekommst. Richtig viel Geld. Liegt die nicht auf Sat.1 oder so? Ich habe da einzelne Folgen von gesehen. Anfang 90er habe ich da ganz vage Erinnerungen, aber ich war da noch zu jung, um das wirklich sehen zu wollen irgendwie. Heute denke ich, scheiße, ich hätte es gern alles aufgenommen, würde es gern sehen. Naja. Ich denke mal, das werden ganz gute Krimi-Geschichten gewesen sein, teilweise. Es waren fünf Staffeln, Fünf Staffeln. Also du kannst schon sagen, Joe Penny hat auch keine schlechte Karriere hingelegt im TV-Bereich. Ich muss sagen, wenn man so sein Leben sich so betrachtet, dann passt das auch ein bisschen zur Riptide, weil er ist Sohn eines Air Force-Piloten, hat dann, glaube ich, irgendwie Football spielen wollen, ist dann aber zum Theater gekommen und war unter anderem der Schüler von einem gewissen Lee Strasberg. Das ist wohl eine sehr große Nummer gewesen. Das ist doch eine Schauspielschule, die Strasberg-Schule, oder nicht? Das sagt mir gar nichts. Ich dachte, das ist die Lee Strasberg- Schauspielschule. Okay. War jedenfalls Schauspieler und Schauspiellehrer und was zu Joe Penny noch interessant zu wissen ist, ist, er drehte mehr als 40 Fernseh- und Kinofilme. Aber seit einiger Zeit, also vier, fünf Jahren, ist kein neuer Eintrag mehr auf seiner IMDb-seitigen Liste. Ich glaube, er hat sich jetzt auch zurückgezogen. Naja, ist er mittlerweile auch, ähm, ist ja auch schon fast 70, ne? Ja, ja. Darf man auch mal pensioniert sein, oder? Und das Leben genießen. Ja, ich denke schon. Aber ich muss sagen, er spielt öfter auch sympathische Charaktere und man kann schon mal sagen, beide kommen sehr sympathisch rüber. Also, ich kann immer nur die deutsche Synchro beurteilen, weil ich ja, ich hab wirklich jetzt gestern tatsächlich mal die finale Folge mir einzelne Teile mal so im Original angehört, aber die reden ja furchtbar schnell, ne? Die reden ja wie Eddie Murphy. Kommst ja, ja gut, nicht übertreiben hier. Ja, es ist schon, also es ist schon, es ist ein anderes Sprachtempo, als wir haben, sagen wir mal so. Und es gibt noch einen dritten im Bunde, Murray Bosinski, Typos Genie und Nerd, wie man heute sagen würde. Ich finde, ein super freundlicher und auch lustiger Kerl, so ein IT-Guru, der kann am Computer alles. Er ist auch so ein Robotik-Experte und ihm gehört der Roboter Robos. Er wird manchmal kleiner gemacht und hält sich manchmal so kleiner, als er ist. Und ich glaube, er ist auch die Figur, mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Ja, das können die meisten, glaube ich. Ich bin da fast, die meisten können sich mit Murray identifizieren, weil er halt einfach der Normale ist, der Normalo, der halt seine Schwächen hat, der vielleicht zwischenmenschlich mal ein bisschen verpeilt ist, obwohl ich das gar nicht so finde. Ich finde ihn viel normaler als die anderen beiden in vielen Situationen. Ey, das ist cool, dass du das sagst. Ich hätte nie gedacht, dass du das sagst. Ja, ne, ist das so? Er reagiert oft so, wie es der normale Mensch eigentlich macht, der in eine Shit-Situation reinkommt. Was ich ihm, was ich schade fand, oft, wenn es darum ging, sie müssen irgendwelche Typen überwältigen, er ist immer der, der umgehauen wird und er hat, glaube ich, nie einen Punch gehabt, um jemanden mal K.O. zu hauen. Ich glaube, das hat man ihm verwehrt. Doch, gab es. Hat er mal einen K.O. geschlafen? ich habe mir aufgeschrieben, unter anderem bei einem Onkel in Amerika schlägt er Quinlan. Ja, Quinlan, ja, come on, das weiß ich, ja, aber das meine ich nicht, ich meine ein Bösewicht, einen richtigen Bösewicht, den Umhauen, hat er, glaube ich, nie gepackt. Das Quinlan, das weiß ich noch, aber er mal, der ist ja auch ein Bösewicht, um, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das hat er, glaube ich, nicht geschafft, aber, was ich geil fand, und ich habe das irgendwann auch mal notiert, er hat auch mal ein Gewehr in der Hand und kann mal die bösen Jungs in Schach halten. Ja, auf jeden Fall. Murray ist, glaube ich, aus heutiger Sicht auch der geradeste, der, der nie wohlvollste Charakter. Dadurch, dass er so ein bisschen paddelig ist und so, lässt er auch immer so ein bisschen so diese, diese etwas unfeinen Aktionen der beiden Jungs in Bezug auf Frauen auffliegen und so, und irgendwie ist er eigentlich derjenige durch seine Paddeligkeit, der am ehrlichsten ist, der am emotionalsten ist und der auch am empathischsten ist. Das, wenn man das, das finde ich faszinierend, dass man das aus heutiger Sicht so sehen kann. Ja, ich finde, er wurde von Tom Bray richtig toll gespielt. Auf jeden Fall. Magst du mir Tom Bray was sagen? Tom Bray, übrigens gesprochen von Wolfgang Ziffer, eine Ikone der 80er, auch für mich. Er hat eine allererste Rolle in einer Serie gehabt namens Breaking Away, der Tom Bray. Die hat nur sechs Folgen gehabt, ist schnell eingestellt worden, hat dann in diversen Filmen gespielt, die ich nicht gesehen habe, aber die mir zumindest was sagen. Die Diebische Elster mit Whoopi Goldberg, dann einem Film namens Deep Star Six, der soll auch besser sein, als man denkt. Und sogar einem Film von John Carpenter, Die Fürsten der Dunkelheit, auch nie gesehen. In den 90er Jahren ist der Mann dann mehr so in den Synchronsprecherbereich gegangen und hat zum Beispiel für eine Serie gesprochen namens Killer Tomaten, die basierte auf dem Film Angriff der Killer Tomaten. Kennst du die noch? Den Film habe ich irgendwann vielleicht mal gesehen, die Serie sagt mir gar nichts, ich wusste nicht mal, dass sowas existiert. Ja, das siehst du eben die 8 Jahre Unterschied zwischen uns, das war Trickfilm-Serie, die lief Anfang 90er auf Pro 7, glaube ich, und witzigerweise habe ich die völlig vergessen, bis Spike mich daran erinnert hatte, Grüße an Spike an dieser Stelle, dass es das Teil gab und ich so, was ist das, okay, jetzt kommt so, jetzt hat Spike die allerunterste und hinterste Schublade in meinem Gehirn geöffnet und dann habe ich das Intro vor mir gehabt und habe gesagt, ja, natürlich, die Killer Tomaten, aber ich habe nichts mehr gewusst, war alles weg. Vielleicht gucke ich da mal rein. Er hat dann übrigens auch noch Drehbücher geschrieben, unter anderem für eine Serie namens Nash Bridges mit John Johnson, die ich gar nicht so schlecht finde und für Küss mich John, was mir überhaupt nichts sagt. Was ich noch anmerken kann, zum einen habe ich Tom Bray eine E-Mail geschrieben. Cool. Es kam nie was zurück, aber das bin ich langsam gewohnt, wenn der Dominik eine E-Mail an irgendwelche Pseudostars schreibt oder Allstars, dann kommt nichts mehr zurück. Was wolltest du wissen von ihm? Ich habe ihn für ein Interview eingeladen, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ist dein Englisch so gut, dass du das gut führen könntest? Ja, ja, ich rede jeden Tag im Geschäft acht Stunden Englisch. Ah, okay, cool, cool. Und heute ist er als Schauspiellehrer tätig, das kann ich noch anmerken. Okay, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Ja, ja, er hat einen Etsy-Shop, Etsy kennst du, da können Leute Dinge verkaufen, die selber basteln oder sowas. Okay. Er hat einen Etsy-Shop, der momentan aber nichts gelistet hat, aber er hat Bilder gemalt oder sowas. Er war Podcaster, hat einen Podcast gemacht, übers Drehbuch schreiben, der heisst How to Write und ist immer noch Gelegenheitstheater- Darsteller. Das heisst, How to Write macht noch immer irgendwas, ist immer noch tätig. Wir wissen, wie alt er eigentlich ist? Ist der jünger aus den anderen? Ich muss mal eben kurz gucken. Da habe ich tatsächlich das Geburtsdatum mir nicht aufgeschrieben. Ja, ich mir auch nicht. Ja, ich bin 54er, er ist 54er, also ist auch 69 jetzt. Ja, ich glaube, denen geht es allen noch gut und das freut mich irgendwie. Ja, und man hört auch nicht von irgendwelchen Skandalen oder so, also es scheinen alles drei so auf dem Boden geblieben zu sein, was man so mitbekommt zumindest. Gut, andererseits müssen wir auch sagen, es waren nicht die ganz großen Stars der 80er. Nein, das stimmt auf jeden Fall. Und je größer der Star, je kleiner der Skandal, desto größer ist das Ausmaß des Skandals, also von dem her wissen wir es einfach nicht, aber scheinen ja drei ganz dufte Menschen zu sein. Aber eine Frage hätte ich mal, und zwar, ich könnte mir vorstellen, der Tom Bray, dass er die Schwierigkeit gehabt haben könnte, dass er danach immer auf diese Art von Rolle besetzt wurde. Möglich, ich habe von ihm halt auch praktisch nichts mehr gesehen oder ihn wahrgenommen irgendwo, außer Stripperland habe ich gesehen. Ja, ich habe Stripperland gesehen. Hat er da gestrippt oder was hat er gemacht? Hey, das Punkt ist, ich habe das Teil 2009 oder 10 rum gesehen und kann mich an absolut nichts erinnern. Es war so ein Zombie-Vehikel, wo halt Stripper sich in Zombies verwandelt haben. Okay. Ich weiß nichts mehr davon. Keine Ahnung. Es ist sehr lange her. Nee, sagt mir gar nichts. Ich glaube, es war kein, könnte es ein Troma-Film gewesen sein oder es sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber hey, lass uns kurz noch was anderes besprechen und zwar die Armee-Vergangenheit der Dreien. Das ist ja wirklich nicht unspannend. Es gibt in diesem wunderbaren Buch ein Kult für alle Fälle. Ich glaube, da habe ich es gelesen. Du kennst das Buch ja auch. Das habe ich auch. Ich weiß noch nicht, wo es hingekommen ist. Es müsste irgendwo im Bücherregal sein. Irgendwo. So ein kleines grünes Buch. Kann man, glaube ich, auf Amazon immer noch kaufen. Immer, wenn ich so eine Serie bespreche, eines meiner ersten Dinger, die ich an... Da gehe ich hin, lese ein paar Artikel drin und es ist wieder gut. Und da wurde kurz mal diese Armee-Vergangenheit vom Trio und vom A-Team ein bisschen, ja, zumindest aufgelistet. Und zum Beispiel Nick und Cody waren Second Lieutenants. Also zweite Lieutenants. Das ist für mich so wie Lieutenant Junior Grade vielleicht. Keine Ahnung. Der Spike würde mich jetzt massiv korrigieren. Nein, Dominik, das sind die, die müssen bla machen und bla. Keine Ahnung. Der Face-Man war ein First Lieutenant. Das hört sich schon, als wäre er schon überstellt gewesen. Colonel Hannibal Smith war ein Lieutenant Colonel. Aber Murray war ein vollwertiger Colonel. Ist also Murray in einem höheren Rang als Hannibal? Kann das sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Zumal es ja auch diese Rückblick-Folge gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Holen sie da nicht irgendwo raus? Ich habe sie jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, aber ich erinnere mich dran, dass es so eine Rückblick-Folge gibt. Gibt es auch. Die fand ich übrigens sehr interessant auf jeden Fall. Schön hast du nur interessant gesagt und ohne Wertung, ob es gut oder schlecht ist. Könnte ich es auch gar nicht mehr sagen. Sehr gut, denn das heißt, sie wird nicht in den Top 5 sein oder in den Flop 3. Also sehr gut. Also, lass uns mal weitergehen. Hey, die Fortbewegungsmittel, die Vehikel, wie du so schön genannt hast, die haben ja, das ist ja eine Serie, da sind die Leute massiv unterwegs. Stimmt. Die haben ja, denen steht ja außer dem Submarine, die haben kein U-Boot. Aber sonst können die sich auf dem Wasser, auf der Straße oder in der Luft bewegen, problemlos, jederzeit. Das ist schon speziell, oder? Ja, vor allem, man könnte natürlich auch fragen, wie drei Privatdetektive sich das leisten können. Ich meine, so ein Boot und alles. Diese Fragen dürfen wir uns nie stellen. Warum wohnen die Studenten in der Serie so und so in einer Sechszimmerwohnung mit riesen Balkon und allem? Das wissen wir. Es ist egal. Das ist einfach egal. Aber die Frage kommt einem schon in den Sinn. Ja, natürlich. Wie kann man sich einfach so eine Yacht leisten? Die Erklärung, die ich da für mich habe, bei Cody, der hat studiert. Cody ist ein, wirkt ein bisschen kultivierter als Nick jetzt. der kommt, scheint aus einem besseren Haus zu stammen. Ich kann mir vorstellen, das ist so die Yacht, die Familienyacht, die hat Cody mal geerbt, geschenkt bekommen. Das bilde ich mir so zusammen, deswegen hat er das Teil einfach. Okay. Das ist einfach so meine private Erklärung für mich selbst. Das ist einfach so. Kann ich so akzeptieren. Danke. Die Riptide ist eine Yacht gebaut 1939. Da habe ich mal Fakten ausgegraben. Ah, okay. Jetzt erzähle ich dir was, das finde ich jetzt eben geil. Ich habe mit vielen meiner Freunden, da reden wir oft über Artificial Intelligence Tools wie ChatGPT zum Beispiel oder auch die Bing AI. ChatGPT habe ich schon mal gehört, aber es ist jetzt ungefähr so, wie, es ist ungefähr so für mich, wie wenn ich stundenlang über Synchronsprecher rede. Ich sage dir warum, ich sage dir warum. Ungefähr genau das Gleiche. Pass auf, ich erkläre es dir warum. Diese Tools können uns praktisch fast alles beantworten. Die können uns Texte zusammenfassen, die können, es ist für mich eine Art besseres Google, weil du einfach eine Frage stellen kannst und dieses Gerätli, ja, dieses Tool kann dir einfach wirklich deine, die Antwort handgefertigt geben. Okay. Sprich, du bekommst eine handgemachte Antwort von diesem Teil. Ich habe das Ding gefragt, was kannst du mir sagen über die Riptide aus der Serie Riptide, über die Trimit für Fäusten. Ich habe es auf Deutsch, Englisch gemacht, das Ding konnte mir nichts beantworten. Ich habe mich selbst durch Forum, durch YouTube kämpfen müssen, um Antworten zu kriegen. Ah, okay. Die Yacht existiert heute noch. Ja. Liegt im Port Orkert, im Staat Washington und soll gerade verkauft werden. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so eine Yacht sich so lange halten kann. Das sind ja 90 Jahre ungefähr. Du wirst es dir später schicken, das ist eine wunderschöne Yacht und solltest du noch 150.000 Dollar übrig haben, dann gehört sie dir. Ja, wenn nicht, 150.000, da hat ja jeder unter dem Kopfkissen liegen. Geil. Liegt überall rum hier, ist unfassbar. Jedenfalls, schöne Yacht, gefällt mir auch sehr gut. Ich bin zwar nicht der Hausboot-Typ, aber ich fand es schon sehr heimelig, so ein Teil, oder? Ja, das stimmt wohl. Die Jungs haben auch noch ein Motorboot, die Aptide. Und die Aptide kam mir schon zu Beginn bekannt vor, denn ich muss so brutal an Baywatch denken. Das ist ein Scarab. Okay. Hast du Baywatch gesehen, oder? Ja, haben die da so ein ähnliches Fahrtvehikel. Die haben diese gelben Schnellboote, das sind auch praktisch, ein ähnlicher Typ zumindest. Ja, das kann gut sein, ja. Dann gibt es noch ein Fortbewegungsmittel für die Lüfte, das ist die Screaming Mimi. Gefällt mir außerordentlich gut, weil der Helikopter, dieser pink Helikopterform so eine hässliche Fresse macht, das finde ich großartig. Das ist ein Sikorsky S58T Helikopter, falls du es wissen willst. Ja, okay. Jetzt weißt du was, ein Transporthubschrauber, der gerne in der Armee benutzt wurde. Sikorsky sagt mir vom Namen her auf jeden Fall was, aber bei den Nummern bin ich dann raus. Ja, ich auch total. Ich habe null Interesse an Flugzeugen, an Booten und meistens auch an Autos nicht, bin ich ganz ehrlich. Den Hubschrauber gibt es immer noch, der arbeitet momentan auf dem Bau und hieft schwere Konstruktionen, schwere Lasten herum. Das ist erstaunlich. Irgendwo gab ich einen Texas. Ja, das, ich glaube, der war sogar als Feuerwehr Hubschrauber eine Zeit lang unterwegs, aber das Teil lebt und fliegt noch. Das ist eine spannende Frage, wie man das hinbekommen hat, dass der immer so aussah und immer so klang, als wenn der im nächsten Moment auseinanderfällt. Ja gut, aber die Töne, die sind ja im Studio gemacht. Ja, aber mancher Aussetzer oder so, ich weiß nicht, ob das Modellaufnahmen sind, keine Ahnung. Ja, das ist doch alles nur, du musst im Studio, hat irgendeiner gemacht und da hast du gedacht, oh nein, die stürzen ab, oh mein Gott, nein. Und dann bist du eine hässliche Farbe dran, bist du den Dreck heranschmieren, dann ist das Ding erledigt. Hat gut benutzt ausgesehen und hat mir sehr gefallen. Du, was mir übrigens noch aufgefallen ist, das ist zum Beispiel eine der Schwächen der Serie, gerade in den ersten Folgen, die haben das nicht besonders gut hinbekommen, um die Modellaufnahmen und die realen Aufnahmen vernünftig miteinander zu kombinieren. Teilweise ist das schon wirklich übel vom Hintergrund her. Ist das auch aufgefallen? Nicht groß, nein. Okay, vielleicht, weil ich die Serie schon ganz gut kenne und dann achtet man vielleicht automatisch mehr auf sowas. Für mich war es nur ein bisschen verwirrend zu Beginn, dass ich nicht ganz verstanden habe, was für Autos haben die eigentlich noch nebenbei? Dann gibt es diese, Datnik hat noch diese rote Corvette, die wurde immer wieder benutzt, diese klassische Corvette C1, ein wunderschönes Teil, muss ich sagen, schön, aber nicht ganz mein Ding. Und dann gab es noch so einen komischen Ford, so einen Station Wagon in der ersten Staffel mit so Holztüren irgendwie. Station Wagon mit Holztüren? Ja, so ein Kombiteil mit Holztüren irgendwas, ganz komisches Teil irgendwas, keine Ahnung, was es war. Das hat, glaube ich, auch Cody gehabt. Und dann kam dieser Pickup noch dazu, dieser GMC Jimmy, dieser rot-weiße da, der fast schon ikonisch ist eigentlich. Mit dem man vielleicht ein bisschen so Richtung ein Colt für alle Fälle schielen wollte, ne? Ich glaube, das ist ein ähnliches Modell zumindest. Ja, ich glaube, irgendwann wollte einfach noch ein weiteres ikonisches Modell haben, das eben nicht ein Klassiker ist wie die alte Corvette, sondern was Modernes, wo wir auch noch einen Marketing-Deal vielleicht mit GMC machen können. Ich glaube, da ging es auch darum, dass noch ein bisschen mehr Geld um die Ecke kommt. Ja, und auch Richtung Zuschauerquote. Ich denke mal, was die Zuschauer angezogen hat, waren mit Sicherheit auch die schönen Frauen und eben auch diese Vehikel. Ich glaube, das hat man schon ganz bewusst auch gemacht. Ja, die Mischung ist doch geil. Du hast Krimi, du hast schöne Frauen, du hast einen leichten Tonfall, Humor, genau das Perfekte für den Feierabend, wenn du müde vom Arbeiten nach Hause kommst. Du hast coole Autos, du hast mehr, du hast ein Boot, du hast einen Helikopter, du hast alles da drin. Wollen wir mal Staffel 1 ein bisschen... Auseinandernehmen. Ja, ich sage mal so, ich will nicht Folge für Folge durchnehmen, das ist ja absolut hirnrissig, diese Gesamteindrücke. Ich weiß, du hast ein paar Dinge anzumerken und hey, lass uns über die Staffel sprechen, über Staffel 1 sprechen. Einfach so, was ist dir so aufgefallen? Was bleibt dir da so hängen? Was sind so deine Eindrücke, die du hattest? Ähm, was mir im Pilotfilm aufgefallen ist, natürlich die Unterhosenverfolgungsjagd. Ja, weißt du generell, wenn wir es mal generell sind, ja, der Pilotfilm war für mich ein wirklich tolles Setup für die Serie, es hat gezeigt, wie Nick und Cody funktionieren, wie Murray dazukommt, es hat mal den Ton gesetzt für alles kommende, ich fand, dies war ein sehr, sehr passender Pilotfilm, wirklich absolut rund, absolut rundes Werk. Ich finde ihn nicht perfekt, aber ich finde ihn schon gut. Würde ich auch, würde ich dir zutrimmen. Perfekt, ist nicht perfekt, aber ich finde den, den kann man sich ja jede Zeit mal geben, da hat man keine, da hat man keinen, da zieht man keinen Schaden davon zumindest. Ach genau, man hat dann auch im Pilotfilm schon die ersten Sachen eingeführt, die so als Running Gag dann kamen, zum Beispiel der Nasenbruchwettbewerb zwischen Cody und Nick, ähm, wo Murray dann irgendwann später auch einsteigt. Du hast in der ersten Staffel, sind ja nur, ich glaube, 13 Folgen waren es, und das ist das Einzige, was ich über die Wertung bislang verraten kann. Ich gehe nicht tiefer auf die einzelnen Episoden ein, aber ich hatte in der ersten Staffel keine Folge gefunden, die irgendwie schlecht ist. Das sage ich, wie es ist. Ich fand da nichts Schlechtes, das kann ich mal so sagen. Ich war überrascht ab der Wertigkeit, ich war überrascht, wie frisch das stellenweise gewirkt hat und auch wie oft ich dabei habe lachen müssen. Also ich kann dir kurz sagen, ich habe total lachen müssen ab diesem Kommunikationsbuch, dass Murray da dieses Smalltalk-Buch hatte. Herrlich. Und das, ich habe mich fast eingebischt. Das war auf jeden Fall sehr cool. Das ist ja auch in einer anderen Staffel nochmal, nochmal drinne. Das ist auch ein wunderbarer Spruch. Ja, da gab es einige Sachen, die ganz cool waren. Also, es gibt zum Beispiel die Folge Gangstern auf der Spur, das ist glaube ich Folge 3. Also da will eine Frau ihren Mann verlassen, weil der Lieutenant Quinlan töten will und gleichermaßen beauftragt der Böse, die drei, die Frau zu finden. Das hat schon was sehr Ironisches, finde ich. Lieutenant Quinlan, das ist einer dieser, für mich ist er nicht nur Haupt, er ist für mich eine Nebenfigur, da bin ich auch ganz herrlich. Okay. Weil er ist nicht in allen Folgen zu sehen. Hauptfiguren sind in allen Folgen zu sehen, aber er war in etwa 30 mit dabei. gespielt vom grossartigen Jack King. Und wer den Namen kennt, das Gesicht kennt, der wird automatisch sagen, hey, General Bull Fulbright, geil, sehr schön. Hat hier einen sehr interessanten Part gespielt, Lieutenant Quinlan, Polizist offensichtlich, Gegenspieler vom Trio, aber doch auch ein Polizist, das heisst, er hat schon das Gesetz vertreten. Ja, würde ich auch so sehen. Also er ist jetzt kein korrupter Cop oder so, er hat die auf dem Kieker, würde ich sagen. Ich glaube, er hat generell was gegen Privatschnüffler, das ist ja oft so bei Polizisten, so würde ich es einordnen. Aber er ist schon ein Gerader, also schon jemand, der Verbrechen uncool findet, sage ich einfach mal. Ich fand es doch interessant, dass er in den ersten Folgen irgendwann, er einfach mal den Jungs aufs Maul gehauen hat. Ja. Und da habe ich schon gedacht, okay, mir gefällt er nicht ganz, Bull Fulbright, äh, Theodor Quinlan, gefällt mir nicht so wie Bull Fulbright, weil, da hat mir dann auch der Respekt ein wenig gefehlt, gegenüber Cody und den anderen, hat sich aber dann später gelegt. Ja, das stimmt. Also ich habe das Gefühl, später war ein Respekt da, ja, man hat sich ein bisschen angezickt, aber du merkst, da hatte man, trotzdem, man sagt immer, das sind so Serien, da lebt Episode für Episode, den großen roten Story-Arc, den gibt es da nicht, sehe ich nicht immer, ich glaube, da hat es eine Weiterentwicklung der Figuren gegeben im Hintergrund, das wurde nicht groß erwähnt, die sind jetzt Freunde, bla, aber der Respekt wurde offensichtlich grösser. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass es ab einem gewissen Grade dann irgendwann auch so ein bisschen, ein sympathierisch, also dass er ihnen gegenüber etwas sympathischer war oder ihnen auch mal geholfen hat oder so und das war am Anfang, war das überhaupt noch nicht der Fall. Da gibt es ja auch, das ist ja auch in der Folge 3, wo er dann mit Quinlan am Schluss auf dem Boot ist. Beste Szene, Handgranaten in Gurkengläsern, sollte man sich unbedingt merken. Der alte Pilotentrick, wer weiß, ob es wirklich so war. Da gibt es noch Mama Jo. Ja, die hat ein bisschen Haare auf den Zähnen, aber ich glaube, die will einfach nur ihre Mädels beschützen. Ich habe das nie ganz verstanden. Das ist ein Boot, das neben der Riptide liegt und da leben halbnackte Frauen drauf. Ja, also es wird, glaube ich, auch noch in einer Folge erwähnt, dass das wohl auch Frauen waren, zumindest zum Teil, die auch ein bisschen auf dem schieferen Weg waren vorher. War es jetzt ein Puff oder nicht? Nee, nee, nee. Nee, aber ich habe es so verstanden, dass die Mama Jo sich dieser Mädels angenommen hat und dass die vorher kein so einfaches Leben vielleicht hatten. Ja, okay. Es war auf mich einfach so schwer zu verstehen, was genau macht die da und was machen die da. Und Mama Jo werden wir aber, glaube ich, nach Staffel 1 auch gar nicht mehr sehen. Die hat, glaube ich, vier Auftritte und mehr nicht. Ja, aber die haben es auch in sich, die Auftritte. Ja, die haben es in sich, ja. Hey, Staffel 1, was ich aber noch sagen kann, man hat versucht, den Thron der Serie zu finden. Das hat man sehr schnell gemacht. Zu Beginn wirkt es ein bisschen edgy, ein bisschen dreckiger. Es war ein bisschen nicht ganz ausbalanciert. Stellenweise sogar etwas unbeholfen. Aber ich finde einfach, die Atmosphäre und vor allem die Beziehung der Figuren hat wirklich von Anfang an funktioniert. Ja, das auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen. Staffel 2, wenn wir da gleich mal weitergehen. Ich würde ganz gerne noch was zur ersten Staffel sagen. Und zwar würde ich ganz gerne noch nachreichen, weil es eine, weil es eine Schauspielerin ist, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auch in MacGyver total cool finde. Elisa Davalos spielt da zum Beispiel mit Fischen und Netzen. Die tolle Frau. Ja, und ansonsten können wir jetzt auch gerne zur Staffel 2 dann gehen, wenn du möchtest. Staffel 2. Ich weiß noch, Staffel 2 ging los. Erste Folge Staffel 2. Und ich vom Gefühl her, holy moly, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich habe gefühlt, es wurde Musik von den Beach Boys eingespielt. Musik kostet scheiß viel Geld. Ich weiß nicht, wie das damals war. Ja, das kann gut sein. Kostet jetzt wohl viel mehr als früher, aber damals, Musik kostet immer richtig viel Asche. Also das heisst, da war irgendwie ein Budgetbooster. In so einer ersten Folge wurde irgendwie gesurft. Du hattest Szenen mit verdammt vielen Extras im Hintergrund. Also das sind einfach massiv viele Darsteller. Irgendwie hat alles super frisch gewirkt. Noch frischer als Staffel 1. Und das hat sich auch so relativ durch die Staffel durchgezogen. Irgendwie so, wow, holy moly, was ist denn da los? War für mich auch ein guter Start. Also ich fand die Start-Episode richtig gut irgendwie. Wo die dann erst für Opas gehalten werden, bis sie ihnen dann helfen. Das hat schon Laune gemacht, auf jeden Fall. Du hast auch irgendwie eine super gute Laune. Das war einfach ein launemäßiger Auftritt. Super geil. Ich war begeistert. Wird Wasserski gefahren. Die haben, ich glaube normalerweise wird so eine Episode in einer Woche gedreht. Die haben einen richtigen Aufwand betrieben für dieses eine Teil. Du hast einen neuen Darsteller mit an Bord gehabt. Neue Nebenfigur. Nämlich den Dooley. Kirk Dooley. Gespielt von Ken Oland. Hast du den noch auf dem Radar gehabt, irgendwie die Figur? Wenn dann so ganz dunkel. Also ist jetzt glaube ich nicht so die Figuren, die man als erstes denkt, wenn man jetzt an die Serie denkt. Nein, ich bin es mal ganz bewusst. Ich rede von der Figur, nicht vom Darsteller. Du bist in der Cha-Cha-Bingster-Serie, oder? Ja, so ein bisschen. Er ist einfach so unbeholfen, große Klappe, wirkt irgendwie auch ein bisschen fehl am Platz. Ich bin ehrlich, ist nicht meine Lieblingsfigur. Aber ich mag den Darsteller. Ich mag Ken Oland, den ich übrigens auch geschrieben habe, mehrmals, auf diversen Plattformen, Mr. Oland. Habe ich ihn geschrieben, sie haben mir nie geantwortet. Und denn, ich bin, ich kann nicht sagen, ich bin ein Fan von ihm. Aber es gab diese eine A-Team-Episode, der ist mir so in Erinnerung geblieben, als Kit Harmon. Er hat da Hannibals Neffen gespielt, dieser Autorenne-Episode. Ah ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Blood Sweet and Cheers, müsste die heißen. Ja, genau, das kann die sein, wo Murdoch einen italienischen Ferrari-Abkömmling spielt. Das ist ganz unterhaltsam. Einer meiner erst gesehenen A-Team-Episoden. Und das ist mir einfach, dieses Gesicht ist mir geblieben. Hat ihn später auch in der Star-Trek-Folge noch mitgespielt. Und sonst, der Typ hat sich in den 80ern fast durch jede Serie gespielt. Matt Huston, Engel auf Erden, Cult für alle Fälle, Love Boat, Airwolf, Full House, Simon & Simon. Der Typ war doch praktisch überall mit dabei. hat dann nach dem, nach Riptide, nach seinem Riptide-Auftritt, Staffel 2, hat er noch diverse TV-Filme mitproduziert. Und jetzt scheint er einfach ein gutes Leben in Santa Monica zu geniessen, laut Instagram zumindest. Also, dem geht es auch noch gut. Er ist um die 60, wirkt, sieht immer noch unver... Der Typ sieht unglaublich gut aus. Ken Oland ist ein verdammt gut aussehender Typ und das macht mich fast... Den haben sie damals wahrscheinlich auch so ganz bewusst, also als weiteren gut aussehenden Sunny Boy so ein bisschen da mit reingebracht. Also, ich glaube schon, dass es schon Kalkül war. Das ist auch etwa 10 Jahre jünger als die anderen, glaube ich, oder sogar mehr. Er ist der, damit die jungen Zuschauer noch besser connecten können, nehme ich an. Es war nicht schlimm, dass er da war. Er war halt einfach nur da. Hast du zur Staffel 2 noch irgendwas zu sagen? Ist dir was aufgefallen? Irgendwas, was dir gefallen hat? Also, also ich würde schon sagen, dass die zweite Staffel schon auch recht kreativ war. Man hat da sehr interessante Ideen auch gehabt. Erinnere da zum Beispiel an, ja, die Sache zum Beispiel mit Murray, wo er das Team verlassen will. Geheimnis mit Mission Bosinski. Oder der Fluch der Murray Aberdeen. Das war auch eine sehr originelle Folge. Die Kriegstrauma fand ich zum Beispiel auch, auch sehr originell, ohne sie jetzt zu werten, aber ich fand sie originell auf jeden Fall. Ähm, auch irgendwie sehr, 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 sehr tragisch. Hatte ich auch ganz anders auf dem Schirm. Ich dachte, es ginge um ein Kriegstrauma der, äh, der, der, der Jungs. Auf den Hund gekommen war, eine sehr schräge Folge. Dann hatten wir die 219 in der, in, in, in der zweiten Staffel. Äh, die nie gesendete Folge, die ich aber irgendwie, kam sie mir doch bekannt vor, The Twisted Cross. Ich würde sie fast als eine der härtesten Folgen auch sehen. Ja, das ist auch so. Ja, auch von Thematik her. Ja, auch die Skrupellosigkeit. Ja, Ähm, ich merke mal an, dass man den Figuren hier einiges an Tiefe mitgegeben hatte. Ja. Also man hat diesen, ich sag's jetzt mal, äh, ja, jetzt abgesehen vielleicht von, 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 von Mary, da waren ja Cody und Nick generell gut aussehende Schambolzen, okay? Aber man hat denen guten Unterbau verschafft. Und zwar, wir lernen irgendwann, dass Nick mal drogenabhängig war und Cody war Alkoholiker. Also das fand ich schon krass. Sie durchleben auch etwas, etwas heftigere Sachen, ne? Ähm, und es gibt auch so eine gewisse Charakteränderung, Mary dann mal auf cool. Also man hat schon verschiedene Sachen ausprobiert und das fand ich auch irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Oder lässt auch Cody mal, äh, sagen, dass er, es gibt einen unausgesprochenen Kinderwunsch von Cody in der einen Folge. Er sagt sich, er deutet es einfach an, dass er gern mal Kinder hätte. Äh, es sind auch Dinge wie, ähm, Suizid eines Generals. Mhm. Das ist am Schluss die Lampe, ausknipst. Das war ein nützliches Spielzeug, aber da hat er mir auch nicht wirklich leid getan. Ich hab nur gesagt, er hat es sich aber einfach gemacht. Es geht nicht darum, ob es, ob es, er hat es einfach gemacht und dass es gezeigt wird. Du hast einfach da, diese Serie hat einen härteren Punch als das A-Team. Das stimmt. Und wurde hier erdiger und dreckiger und ich finde die zweite Staffel fantastisch. Aber wo du sie gerade, wo du sie gerade ansprichst, die ein nützliches Spielzeug, ja, ich finde, ähm, auch was sie da rausfinden, das ist eine Riesenschweinerei, das ist ja ein richtiger, ähm, Massenmord gewesen. Also, das ist ja schon, das ist schon echt krass. Also, die haben sich ja schon einiges getraut, würde ich sagen. Also, ich würde die Serie ja auch eher, zumindest was die zweite Staffel angeht, eher als FSK 16 sehen, glaube ich. Ja, ich finde es auch stellenweise zu hart für eine Kinderserie. Also, muss ich auch sagen, das hat mehr, äh, Ecken und Kanten eben als die Gummimänner im A-Team, böse gesagt. Hm? Und ich habe mich danach brutal gefreut, Staffel 3. Ich war wirklich begeistert, jetzt nennen sie noch Staffel 3 und mh, 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 mh. Ui, ähm, Staffel 3. Ich nenne es auch gerne Licht und Schatten. Denn man hat hier, man hat hier stellenweise, und ich frage mich, warum Dinge versuche, mit Stilmitteln, die ich nicht verstanden habe, mit Tonalitäten, die ich nicht habe, einschätzen können, was die jetzt wieder genau, warum machen die das mit mir? Warum will man uns das antun auch? So ein bisschen in diese Richtung gehend. Ich war über, ich war mal so gelinde gesagt, überrascht, was das Ganze soll. Wie ging es denn dir mit der dritten Staffel? Ähnlich. Also, ähm, für mich hat die dritte Staffel zwei bis drei der emotionalsten und für mich auch mit wirklich sehr, 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 sehr starken Folgen. Ähm, aber eben auch zwischendurch Folgen, die irgendwie, wo ich mir da aufgeschrieben habe, geht's so oder besser nicht oder, äh, schlecht. Ich glaube, ich kann es so sagen, also, ähm, die, die, die voll, also die Staffel hat ein paar wirkliche Tiefpunkte. Ja. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Aber ich finde sie auch nicht schlecht. Dafür sind, dafür sind, dafür sind auch wieder zu viele gute Sachen dabei. Also, es ist, ne? Ja, es ist, es ist kein A-Team fünfte Staffel. Ja, das stimmt. Sind uns einig, das war massiv schlechter als das hier. Da bin ich völlig bei dir. Also, ich würde fast von ausgehen, dass man, dass es verschiedene Autoren einfach waren. Weil bei manchen Folgen merkst du wirklich, da steckt richtig was hinter, ist richtig geil, ist richtig lustig, ist richtig spannend, richtig emotional. Und bei manchen Folgen denkst du dir, äh? Ich fand es noch spannend, den Serien, äh, den Staffelauftakt, da hatten sie ja gleich mal mit Richard Hatch einen richtig geilen Gast da gehabt. Er hat ja Apollo gespielt in den Kampfstern Galactica in der alten Serie. Das heisst, für die TV-Zuschauer ist das, hey, Apollo ist da! Das ist Apollo! Und ich fand das auch einen spannenden Auftakt. Was aber immer wieder zugekommen ist, die haben angefangen, eben Stilmittel reinzuspielen. Da weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Ich werde bei gewissen Folgen vielleicht noch drauf kommen, wenn wir jetzt später über unsere Top 5 und Flock 3 sprechen. Wer weiß, wer weiß. Aber was wir auch noch sagen können, einen emotionalen Impact in der Staffel könnte es eigentlich geben, denn Lieutenant Quinlan geht von dann. Ja, und eigentlich auch auf eine ziemlich bescheuerte Art. Das ist eigentlich total unsinnig. Der wäre doch sowieso in das Auto reingefahren. Also ich habe, aber ich muss wirklich, ich muss aber wirklich zu der Folge sagen, wenn du sie schon ansprichst, ähm, ich habe die Folge nicht mehr als, als so emotional in Erinnerung gehabt. Ich dachte erst, ich dachte wirklich, ich hatte wirklich auf dem Schirm, es ging da irgendwie um Diebe oder sowas. Die ist richtig, die ist von der ersten Minute an wirklich dramatisch. Hm. Ich habe die Folge auch nie gesehen zuvor. Also von dem her hatte ich keine Ahnung, was kommt. Ich habe irgendwie automatisch, ich wusste, dass Jack King aussteigen wird. Das war ja, nochmal die Serie ist uralt. Ich wusste, dass diese Figur sterben wird. Okay, das wusstest du? Das habe ich, ja, irgendwann habe ich das gewusst. Keine Ahnung. Ich habe mich einmal in einem DB gesehen, gesehen, der ist nicht immer dabei. Ja. Und habe dann gesehen, da kommt etwas Neues dazu. Also habe ich gewusst, irgendwas wird passieren. Er hat sich ja auch pensionieren lassen können, ne? Nein, das passiert nicht in der Serie. Okay. Er ist nicht pensioniert. Da stehst du weg, mein Freund. Oder du bist ersetzt, weil du zu viel Geld verlangt hast. Und dann kommt eine andere Figur. Aber, dass er so rausgestorben wird aus der Serie. Ich habe gedacht, ja, es gibt so einen General Bull Fulbright Abschied, wird im Rücken geschossen, irgendwas. Aber wir vom Auto überfahren, what the fuck? So völlig unsinniger Scheiss tot, ohne die Folge jetzt werden zu wollen. Ich fand es aber gut gemacht, dass die Jungs danach am Strand waren und Murray kam und gesagt hat, er ist tot. Und dann sofort, und, und dann sofort keine fröhliche Musik oder so, einfach nur irgendwie so Credits. Das fand ich auch wirklich sehr, also das hatte ich auch wirklich, nein, der Quinlan, der ist tot. Nein, ich wollte, ich wollte, ich wollte damit sagen, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, ob danach noch ein normaler Abspann lief. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber diese Szene, wie sie war, er sagt das, von wegen, es geht um Quinlan, er ist tot. Und dann sofort, also man hat den, Zuschauer, so richtig vor den Kopf gestoßen und es gibt auch nichts mehr danach oder so, also du wirst einfach damit, blick damit. Ja, und was mir da auch gefallen hat, ist eben diese fehlende Pseudodramatik, dass man jetzt nach dem sterbenen Quinlan die Hand hält und der sagt, ihr Jungs, er war schon ganz okay. Aber eine Frage habe ich mal, fand ich gut. Woran ist er denn eigentlich gestorben? Er kann ja nur innere Verletzungen gehabt haben. Er hat ja sogar danach noch gesprochen. Jaja, es waren innere Verletzungen, nehme ich an, oder keine Ahnung was. Er ist einfach tot. Aber die Frage finde ich schon berechtigt, weil es sieht ja am Anfang nicht danach aus, dass er stirbt. Richtig, ich habe auch nicht gedacht. Also ich doch, ich habe es gedacht, weil ich es gewusst habe, aber wenn du die Szene siehst, denkst du, das macht gar keinen Sinn. Was dann passiert ist, man hat diese Chance genutzt jetzt auch, um eine neue Figur einzuführen. Die Lieutenant Joanna Parisi, gespielt von der June Chadwick. Die war damals auch relativ jung, Mitte 30 etwa. Hat auch ein bisschen Magnum-A-Team-Erfahrung. Jumping Jack Flash war sie mit dabei. Argentin mit Herz. This is Spinal Tap. Aber ganz ehrlich, ich habe die noch nie zuvor wahrgenommen. Kam ganz sympathisch rüber, aber die hat auch nicht wirklich viel zu tun gehabt in den meisten Folgen. Ich glaube, es waren nur acht Folgen, wo sie mit dabei ist. Ja. Aber hat das sehr sympathisch gemacht. Sehr sympathische Figur auch. Und was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ab wann haben die Produzenten und die Schauspieler gewusst, die Serie wird enden. Das wäre jetzt noch spannend gewesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, ich finde keine Hinweise mehr. Ich meine, was gelesen zu haben, dass die diese komische Folge Serienhelden dann damals noch gedreht haben. mit der ich nicht so richtig connecten konnte. Also, dass das wohl zu dem Zeitpunkt irgendwie war. Ja. Also, was passiert ist, das kann man ja auch sagen, die Serie Moonlightning, wie heißt die noch auf Deutsch? Das Model und der Schnüffler. Mit Bruce Willis und Sibyl Shepard oder so ähnlich. Genau, Sibyl Shepard, genau. Die haben dem Trio den Rang abgelaufen. Ich glaube, die wurden, man hat die Serie auf den gleichen Sendeplatz geschoben, das Trio dafür an einen schlechteren Sendeplatz gesetzt. Und ich glaube, das hat dem Ganzen danach das Genick gebrochen und finde ich unfassbar schade, dass das passiert ist. Ja. Aber die Idee der Macher, dass die jetzt quasi so einen wirklich sympathischen Stinkefinger ausfahren an Moonlightning und da quasi das Ganze persiflieren. Ja. Das finde ich, jetzt wo du es sagst. Die Idee dahinter ist schon ziemlich geil. Okay. Du diesen Bruce Willis Verschnitt hast und diesen Sibyl Shepard Verschnitt. Oh, scheiße, war der so unsympathisch. Ich hätte schreien können. Aber super geil und ich, man, ich habe irgendwo in einem Forum noch gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass angeblich Bruce Willis von dieser Folge so begeistert war, dass er seinen Klon hat treffen wollen. Aha. Ja, dann war Riptide leider auch schon zu Ende. Also ich hätte auch gerne noch mehr gesehen, aber ohne jetzt irgendwas zu werten, die Serie ist gut abgeschlossen. Mhm. Die Serie war der Startpunkt für viele Karrieren. Magst du ein paar Namen immer durchgehen? Kennst du George Clooney? Tja, natürlich. George Clooney. Seine allererste Rolle hat er bei Riptide gehabt. Hat er aber was geredet überhaupt? Nicht viel, oder? Ein, zwei Sätze höchstens. Ja. Aber er war dabei. Gina Davis war mit dabei. Aber ich weiß gar nicht, ob es das Erste war bei ihr, aber auf jeden Fall war sie dabei, das stimmt. Dennis Franz habe ich aufgeschrieben, NIPD Blue. Ah, okay. Das stimmt langsensweit. Lance Hendrickson war mit dabei. Hab ich auch. James Cromwell war mit dabei. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil der Name mir nichts sagte. Okay, du hast Richard Hatch habe ich schon erwähnt, Apollo als Battlestar. Du hast ganz ja Dana Elka aufgeschrieben. Dana Elka, genau. Hier tatsächlich mal in einer Rolle als Arschloch. Normalerweise kennt man Dana Elka ja als Vorgesetzten und besten Freund von MacGyver. Und hier spielt er, übrigens auch mit der gleichen Synchronstimme, den Arschloch-Typen. Richtig, richtig, richtig blödes Arschloch, Später. Darf man das hier sagen? Ja, klar. Wieso nicht? Ist doch nicht das öffentlich-rechtliche, klar. Kurt Wood Smith habe ich aufgeschrieben, den ich immer gerne in Nebenrollen sehe. Stephanie Kramer. Aber Stephanie Kramer sollte man vielleicht erwähnen. Das war die Partnerin von Hunter. Hunter? Ja. Aber David Graff war die Partnerin einer 357 Magnum in Police Academy. Er war die Partnerin, war der Partner. Ah, okay. Okay. Ja. Vielleicht war er auch die Partnerin. Ja. Wer weiß. Und du hast noch Brent's Combridgement drin gehabt, der in ganz vielen Serien und Filmen gerne mal so den Fiesling spielt. Brent's Combridgement, kennst du, oder? Hat ja auch diese Serie gemacht. Oh Gott, die hieß noch Renegade. Sagt mir so jetzt nichts. Gnadenlose Jagd. Er war aber nicht der Hauptdarsteller, oder? Nee, der andere. Okay. Also der Mörder oder was? Nicht Lorenzo Lamas, oder? War doch der Hauptdarsteller und war doch der andere, oder? Ja. Ich hoffe, ich mische jetzt gerade nicht irgendwelche Serien zusammen, die es so gar nicht geben kann, aber so habe ich es in Erinnerung. Sam Jones haben wir noch, der Highwayman. Genau, richtig. Hey, Highwayman. Auch eine Serie, da haben mir schon einige Leute geschrieben, wir sollen die mal besprechen, aber find die mal irgendwo. Du findest einzelne Folgen bei YouTube, wie bei vielen Serien. Ja, aber ich will nicht einzelne Folgen, ich will alle Folgen, das ist der Punkt. Wir besprechen nur, was wir komplett kriegen. Und wir haben auch eine vergessen, oder noch nicht erwähnt. Anne Turkel, die ist auch so, in fast jeder Serie hat die mal vorbeigeguckt. In Nightrider war sie in mehreren Folgen drin, Street Talk, meine ich mich zu erinnern, und eben auch hierbei, beim Triumph der Fäusten. Und hier spielt sie übrigens mal nicht die Bösewichtin, sie spielt in der Folge der Millionenschwindel, diejenige, die den Helikopter ausliefert, meine ich. Alright, was ich noch sagen kann, das Ende der Serie wurde massiv bedauert, auch von den Leuten von Redondo Beach. Aha. Es wurde dann auch eine, wir wollten nämlich eine Party schmeißen für die Serie, hat das dann zu einer, effektiv zu einer Abschiedsparty gemacht, weil die waren einfach nur dankbar, da wurde Geld hingeflossen, da Leute wollten wohl da hinkommen, das hat sehr viel Aufmerksamkeit für Redondo Beach generiert und die waren alle traurig, als es vorbei war. Ja, ich finde es auch sautraurig. Jetzt bin ich aber auch langsam heiß auf die, auf die, auf die, auf die Top-Liste. Ich bin, wir kommen jetzt dahin, aber Michael, wir fangen beim Flop an. Ja, können wir gerne machen. Und wir machen so, immer du eine Folge und ich eine Folge, okay? Die Flop 3. Ich sage dazu gleich, sowohl bei den Tops als auch bei den Flops, ich habe keine richtige Hitparade. Ich kann nur sagen, die sind gut und die sind schlecht. Ich weiß nicht, es gibt wirklich Menschen, der, Dominik gehört auch dazu, die können wirklich ihre Top 20 Filme machen. Ich weiß nicht, wie die das machen, ich kann das nicht. Dafür bin ich einfach zu wankelmütig, gebe ich zu. Du musst einfach überlegen, du musst auf eine einsame Insel gehen, du darfst 5 gute und 3 schlechte mitnehmen und nicht mehr. Ja, ja. Das ist schon hart, oder? Okay, also als erstes, wir wollten ja erstmal die Flops machen. Zuerst einfach mal eine, bring einfach mal deine erste schlechteste, okay? Ja, also eine Folge, die ich unglaublich langweilig fand, um es mit Thomas Simpson zu sagen, war die 316, der versunkene Schatz, hat mich unglaublich gelangweilt, war absolut nicht mein Ding. Hat auch keine gute Action gehabt, war absolut nicht meins. ich verstehe auch warum und wäre bei mir wirklich ein Kandidat gewesen, ja. Okay. Kann ich dir sagen. Aber du hast noch eine schlechtere gefunden. Ja, 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 ja. Ich fange schon mal bei meiner an. Meine schlechteste, eine meiner schlechtesten ist auf immer und ewig, das ist Staffel 3, Folge 12, im Original der Wedding Bell Blues. Ich überlege gerade, war das die Folge, wo irgendwie ein Typ mit einer zusammenkommen möchte, die aber schon versprochen war oder so? Dieser Millionär da, oder? Ja. Das ist ein Playboy-Millionär und der wollte, was war es, eine Tochter von einem Mafia-Boss und diese Folge, ich fand sie, ich fand die Figuren, die Nebenfiguren völlig unsympathisch. Ich fand, die Nebendarsteller waren da für mich die Untersten der Untersten. Also du hast wohl keine Besseren gefunden für diese Zeit da gerade. Ich fand das wirklich schlimm, was wir da haben sehen müssen. Und dann kommt noch das Gefühl dazu, dass du kaum Schauwerte hast. Sprich, du hast da auf dem, ich glaube, die haben auf dem Studio, auf Studiostrassen gedreht, auf den falschen Strassen, die man, die Universal haben, Warner Brothers haben, die diese falschen Städte. Das wurde doch komplett da gedreht und das hat mich 0,0 abgeholt und interessiert und gelangweilt und ich wollte nur, dass es vorbei ist. Ist auch das, was ich mir aufgeschrieben hatte, also schwacher Schodern, auf jeden Fall. Ich habe mir die auch als Solala-Folge aufgeschrieben. Ich fand die Idee ganz putzig, aber ich würde mal sagen, der Folge fehlt da einfach ein bisschen Drive. Dann mach mal weiter deine nächsten schlechten Folge. Es ist wirklich relativ schwierig, aber eine Folge, die ich irgendwie, ich konnte damit einfach nicht connecten. Ich weiß so ein bisschen, was man damit wollte, aber ich konnte damit nicht richtig connecten, obwohl ich das Ende ganz schön fand. Das war die Robin und Marian Folge, die 3-7. Ich fand die einfach sehr cheesy, würde man heutzutage, glaube ich, sagen und nicht auf eine gute Art. Das ist die Episode, wo immer mal wieder Robin-Hood-Einspielungen kommen. Ich mag diese Idee. Ist ja auch so schön, so ein bisschen gutmenschmäßig und so, wie man so schön sagt, aber ich fand sie einfach eher langsam und hat mir nicht viel gegeben. Muss ich, Entschuldigung, ich weiß, es ist irgendwie eine schöne Idee und so, aber ich konnte damit nicht so richtig connecten. Ja, dann schließe ich mich doch direkt an. Oh, okay. Ich habe die auch als einer meiner Top, äh, Topflop 3. Topflops. Topflops, die richtig schlechte Folge, weil diese Einblendungen dieses alten Robin-Hood-Films, ja, ich habe es nicht verstanden. Warum? Man hat das dann auch nicht so eingeblendet, dass, dass diese Szenen wirklich kopiert worden sind. Man hat da einfach irgendwie was anspielen wollen auf Robin Hood und ich habe es nicht verstanden. Dann war ja auch die Szene mit diesem Kind mit dem Roboter, da habe ich mich an den Kopf fassen müssen, was das Ganze eigentlich soll. Auch das, das Märchenbuch-Intro, das es da gab, ich fand das eine unfassbar öde, miese Folge, die einfach ein richtiger Stinker war. richtig widerlicher Stinker. Da bist du sogar noch etwas weniger glänlicher als ich gewesen. Ich bin knallhart, wenn es sein muss. Ja, ich fand das Ende zumindest noch ganz schön. Also ich kann ja mit emotionalen Dingen immer ganz gut connecten. Das fand ich ganz schön mit der Frau. Aber ansonsten, es hat nicht wirklich gepasst. Die dritte Folge, die mir überhaupt nicht gefallen hat, weil sie im negativen Sinne zu Oldstyle-mäßig war, war so ein bisschen wie so eine alte Krimi-Folge, die einfach in diese Serie nicht so richtig reingepasst hat. Das war die Folge 311, die Erbschaft. Ich fand die einfach langweilig. Das wäre auch ein möglicher Kandidat gewesen, weil auch da wiederum Stilmittel völlig merkwürdig, du hast immer diese Einblendungen dieser explodierenden Hütte, dieser brennenden Hütte gehabt, also als wenn man da künstlerisch doch was darstellt in so einer kleinen Krimi-Action-Serie, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Immer diese Flashbacks, die es da gibt. Auch kaum Action und so, ne? Kaum Action, dann ist das die Folge, wo auch das Auto verkauft wurde, das Boot-Effekt ist, Murray ist nicht da, um ihn anzurufen bei der Party, irgendwas. Nein, war keine wirklich gute Folge. Ich habe da auch überlegt, die könnte man auch, ich habe dir jetzt noch knapp den Daumen zur Mitte gegeben, aber auch nur knapp. Okay. Aber nur, es war ein ganz knapper, wirklich ganz knapp. Ich habe eine 5 von 10 gegeben bei dieser Folge. Ich habe immer von 1 bis 10 habe ich bewertet und ja. Hast du die Liste noch? Das würde mich total interessieren. Kannst du mir gerne mal schicken. Kann ich dir später schicken, ja. Schicke ich dir gerne später. Und dann habe ich ja auch noch eine letzte Flop-Folge und das ist, ach ja, eine unvergessliche Begegnung, Staffel 3, Folge 2. Die Mexiko-Folge. Och, ich fand die nicht schlecht. Okay, erzähl. Ich sage dir genau warum. Sie nehmen da doch einen Auftrag an für die Regierung, wenn ich es mir richtig entsinne. Es war so eine richtig oberschnulzige Love Story, die ich einfach nur unglaubwürdig und langweilig fand. Okay. Diese schnulzige Saxophon-Fick-mich-Musik, das finde ich unerträglich, langweilig. Eine unglaublich schlechte Helikopter-Explosion hast du da noch gesehen. Warum macht man das? Macht es doch einfach nicht, wenn ihr es nicht richtig machen könnt. Und gegen Ende schaut Nick diesen ultraschnulzigen Streifen fast schon Tränchen im Auge, weil nicht mehr mit ihr zusammen sein kann. Und dann kommt's, dann wird die Folge noch richtig abgeschossen. Dann wird doch seine Freundin noch so irgendwie eingeblendet. Er sieht sie vor sich und alter, wenn du mein Brain ficken willst, dann mach es bitte anders. Also mich hat die Emotionale schon berührt. Ich fand die ganz gut. Was habe ich mir notiert? Ich habe geschrieben, eine gute Folge. Also ich mochte die ganz gerne. Ich fand's auch ganz cool, wo die beiden dann irgendwie gesagt haben, komm, wir sind Freunde, wir müssen da hin und so. Doch, fand ich, ich fand die ganz gut. Machen wir es jetzt so, wir machen die Top 5 jetzt. Auch weder du, dann ich. Machen wir es einfach so, sollte jemand was doppelt haben, dann einfach kurz erwähnen, dann ist es so. Okay. Ich habe schon gesagt, ich tue mich sehr schwer mit so einer Top-Liste. Vielen Dank, dass ich mir so den Kopf zerbrechen musste. Sorry. Ich möchte jetzt erst mal ein paar wenige Folgen erwähnen, die es nicht in meine Top 5 geschafft haben, aber auch nur, weil ich nicht mehr als 5 Plätze vergeben durfte. Die könnten aber auch genauso in diesen Top 5 sein. Ich könnte jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, welche Reihenfolge. Und zwar, ich finde auf jeden Fall erwähnenswert, ist auch so eine Klassikfolge, die ich auch früher schon gut fand, der Liebesbrief. Der Fluch der Mary Aberdeen ist auf jeden Fall auch eine Folge, die erwähnenswert ist. Und auch die im Fremdenauftrag, zumal die auch mit eine der besten Schießereien am Schluss noch hat. Schweren Herzens habe ich mich jetzt entschlossen, auf Platz 5 zu setzen. Eine Folge, die ich sehr amüsant finde und die das Frauenbild ein bisschen bricht. Ah, ich weiß welche. Der tote Auftraggeber heißt das Ganze. Ist eine Folge der ersten Staffel, ich glaube, das war die neunte. Und sie ist so ein bisschen selbstironisch, das mag ich ganz gerne. Sie haben quasi so als so eine Art Konkurrenz noch zwei Detektiven. Übrigens eine davon ist Stephanie Kramer. Und das ist, das ist einfach sympathisch. Das ist witzig. Das ist, und ich mag auch diese Geschichte ganz gerne, die dahinter steckt. Das ist irgendwie, das berührt mich emotional. Das ist ein ganz rundes Ding gewesen. Ich glaube nämlich, bei dieser Folge, du hast ja Stephanie Kramer dabei und die andere Dame, ist das June Chadwick? Nein, das ist, wie hieß die nochmal? Ist es Didi Howard? Ja, die ist das. Die müsste das sein. Okay, die sieht nämlich aus wie June Chadwick. Ah, okay, spannend. Also finde ich zumindest, finde sie ein bisschen so aus. Aber ja, und ich verstehe, ich habe die Folge auch gut empfunden, das kann ich sagen. Ist auch in Erinnerung geblieben, wie die Jungs da mit den Mädels im Auto sitzen und versuchen, sich die Autonummern zu merken, nur die Frauen kriegen es hin. Ehrlich. Und du hast da auch Lieutenant Quinlan, der aber völlig, der würde jetzt gecancelt werden, wie man so sagt. Was? Frauen als Privattretive? Was ist denn euer Fall? Hat jemand ein Kochrezept verloren? Ja, schwierig. Ach stimmt, da ist er ja auch so krass. Ja, stimmt. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Fall. Ja. Aber, ich verstehe, ich verstehe. Ja, hätte ich auch nehmen können. Und wie gesagt, dieser Frauenbildbruch, Nick schießt daneben und sie trifft. Das fand ich, irgendwie fand ich das cool. Sie haben das wirklich nicht schlecht gemacht, hat mir auch gefallen. Sehr schön. Platz 5 habe ich das Sündenregister von Cypress Bay. Stark. Erzähl, warum? Und zwar Staffel 3, Episode 22. Das ist die letzte Folge der Serie. Das hat mich jetzt doch mal wieder fasziniert, dass man es fertig bringt. Und das war auch mein Wunsch der Serie, dass Murray mal einen Punch kriegt. Dass er mal die Szene kriegt, dass er mal einen umhaut. Ich wollte nicht, dass er jemanden töten muss. Denn es ist ja, das ist ja auch nicht, es geht ja auch darum, wer kann mehr killen. Quatsch. Es geht auch darum, dass er auch mal zeigen kann, ich kann, ich habe meine harte Szene. Und die hat er hier. Denn er erschießt hier jemanden und kommt damit nicht klar. Und das hast du so in einer TV-Serie dieser Art sehr, sehr selten, dass du mal siehst, wie eine Hauptfigur struggelt. Ein richtiger, ein richtig mentales Problem, was, ähm, was du völlig nachvollziehen kannst. Ja, auf jeden Fall. Völlig nachvollziehbar. Und ich will ohne groß zu spoilern, am Schluss kommt die Szene, wo Murray die Pistole in der Hand hat. Und da habe ich kurz gedacht, ist der jetzt gerade suizidal? Ich hoffe es nicht. Das kann gut sein, dass ich das da vielleicht auch irgendwann mal gedacht habe. Diesmal wusste ich ja, wie es ausgeht. Ja, ja. Aber ich habe dann, und da habe ich gemerkt, nein, zu Glück ist es nicht so. Er hat einfach wirklich, er kann vielleicht nie mehr eine Waffe anfassen. Und das als, als, als Ende einer Serie fand ich richtig geil. Es gibt einen minimalen Downer hier. Du hast für ein Serienende ein oder drei ist ja fast permanent im Spital. Das heißt, du hast praktisch kein Cody in dieser Folge und das fand ich schon sehr schade. Darf ich zu der Folge auch was sagen? Ja, klar. Ich kann das gut verstehen, dass du die Folge so gut findest. Und ich fand es sehr originell und auch sehr mutig, dass man den sensibelsten und emotionalsten Charakter sowas hat durchleben lassen. Das fand ich richtig, das ist eine gute, also ich habe die auch ein paar Mal gesehen. Ich habe sie beim letzten Mal, ich glaube morgens um fünf gesehen, mit abgedrunkten Fenstern. Das ist natürlich noch eine ganz andere Atmosphäre. und die ist teilweise richtig düster. Sehr düstere Art, eine Serie zu beenden, aber eine Episode mit, wie man es sagen kann, Impact. Konsequent und erklärt auch, warum die jetzt nicht mal als Detektive arbeiten, weil ohne Waffe ist das schon ein bisschen schwierig. Jetzt kommen wir zu Platz vier. Ach, das ist so eine Folge, dies ist so eine Herzensfolge so ein bisschen. Das letzte Comeback. Nick und der alternde Star, dem er nachschwärmt. Ah, ja. Das ist die Folge, ich habe mir dummerweise bei den Tops jetzt nicht aufgeschrieben, welche Nummer das war. Ach, die 2.10 war das, genau. Also zum einen, wie gesagt, diese Nicks-Geschichte mit, also er schwärmt mal keiner jungen Frau nach, sondern einem alternden Star. Das fand ich einfach toll. Das war auch emotional und so. Und ich glaube, die Folge hat einen der besten Showdown, weil du hast eine Verfolgungsjagd, du hast, glaube ich, eine Schießerei, es ist ordentlich Action drin, die ist rund. In Staffel 2, Folge 10 in der IMDb-Auflistung. Ja, war eine gute Folge, fand ich auch gut, eben weil es ein bisschen so anders war, aber nicht in meinen Top 5. Okay. Sehr schön. Platz vier bei mir ist der Fluch, der Mary Aberdeen. Kann ich nachvollziehen. Weil du hier, also Staffel 2, Folge 13 und das war mal wieder so ein Fall, wo man versucht hat, was kann man mit einer Serie noch so machen. Und du hast hier mal einen auf Grusel gemacht. Du wolltest mal, dass die Leute ein bisschen gruseln. Wenn man sich gruseln soll, dann muss man vor allem einen Darsteller holen, Richard Lynch. Der hat ein Gesicht, dieses vernarbte Gesicht, der ist aus dem Gruselkabinett entsprungen. Es geht um ein Geisterschiff, auf dem ein Fluch liegen soll. Nick, Cody, Murray sollen ermitteln, aber sie stellen fest, dass der Auftraggeber, der ist schon lange tot irgendwie und so weiter. Es ist so eine herrliche Geistergeschichte irgendwie. Hat auch schöne emotionale Szenen. Doch, die mag ich auch. Ich finde die einfach toll. Sie war so frisch und so anders und das hat mir einfach sauf viel Spaß gemacht. Würde ich jederzeit schauen. Und ich glaube, Richard Lynch müsste auch in 976 Evil 2 Astrofactor den Bösewicht spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich jetzt nicht verwechsel. Das kann ich nichts dazu sagen. Okay. Platz drei ist bei mir das Sündenregister von Cypress Bay oder auch Echoes. Ich finde den englischen Titel besser gewählt, weil das Sündenregister von Cypress Bay könnte theoretisch schon etwas zu viel verraten. Es ist eine Geschichte, die ich sehr emotional finde, die sich anders entwickelt, als man denkt und die unglaublich emotionalen Punch hat. Erstmal haben wir Murray, der da jemanden erschießt, jemanden, der unschuldig ist. Wir haben eine unglaublich starke Szene mit Nick, wo er sagt, von wegen, ja, wieso kommst du denn darauf nicht klar, dass es so sein könnte und so und wo er dann sagt, von wegen, weil ich ihn erschossen habe und du merkst wirklich, dass da ist wirklich alles an Emotionalität drin, was man haben muss. Wir haben eine ganz gute Action-Szene zwischendrin und ein sehr relativ kurzes, aber konsequentes Finale. Es ist ein sehr guter Serienabschluss, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt und eine der Folgen, die auf jeden Fall auch vom Schreibst, gut, die Idee ist nicht komplett neu, also sowas hat man, korrupte Stadt und Stadt säubern und so, das ist nicht komplett, keine Idee, die jetzt das Rad neu erfindet, das hat man schon mal, ne, aber es ist einfach gut erzählt, es ist ein tolles Drehbuch, ein tolles Ende, auch wo die dann zu dritt dann noch auf dem Schiff sind und Nick dann versucht, ihn aufzubauen und so und das ist eine tolle Folge. Deswegen ist in unserem Top 5 drin, doppelt sogar. Auf jeden Fall. Platz 3 bei Mia, Staffel 2, Episode 15, Geheimmission Bosinski. Habe ich mir, glaube ich, auch als gute Folge notiert, aber ich hatte halt keinen Platz mehr. Die ist doch, die kann ich verstehen. Das, da ging es ja darum, dass, äh, Murray verlässt die Detektei, geht nach San Francisco hoch und wird da von einem Hightech-Unternehmen angeheuert und als dann Cody und Nick ihn mal besuchen wollen, merken sie, dieses Untennehmen gibt es gar nicht, da ist nur irgendeine Grube und nix und ich fand das eine unfassbar lockere, geile Folge, wo die ja sogar die Macher, und ich sage immer noch, die haben da richtig Geld hingeschmissen, den Ghostbusters soundtrack zu Bose Busters, ich fand, verändert haben, ich fand das großartig, das ist eine, eine richtig coole Folge, einfach mal locker, einfach spaßig, tolle Action drin, hat mir mega gut gefiel. Auch ein bisschen emotional, ne, so zum Ende hin, also, das ist schon gut gemacht. Aber es vorwiegend ist das für mich gute Laude-TV. Also kann ich gut verstehen? Mein Platz zwei, der Millionenschwindel und das ist interessanterweise auch eine der Folgen, ich glaube, das ist sogar die beliebteste in der IMDb, ja, was soll man sagen, das ist eine Geschichte, die einfach schön ist, ähm, mit, ähm, mit Murray, der jemanden trifft, den er sympathisch findet, der, ähm, ein, ein großer Macher war, ähm, dann hat man einen Bell-Helikopter, das ist übrigens, glaube ich, das gleiche Modell wie beim Airwolf, ähm, du hast ganz gute Action und, ähm, die ist einfach, das ist einfach eine tolle Folge, wie gesagt, gerade diese Chemie zwischen, zwischen, äh, John Astin und, äh, Boss, ähm, also Murray, hast ein ganz nettes Finale, ist eine tolle Folge, also kann man nichts anderes sagen, finde ich. Ich will dir nicht widersprechen, denn ich fand die auch gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, ich hab einfach gesagt, ich will für meine Top 5 eine Ausgewogenheit zwischen lockeren Episoden und eher schweren Episoden, einfach von jedem etwas, die hätte aber auch reingepasst, also ich hätte, ich hätte Boss, Bastos, hätte ich rausnehmen können und, hätte ich rausnehmen können und Stieße setzen können, reinträglich, kann ich glatt sagen, das verstehe ich völlig, völlig bei dir, wir sind uns sehr, äh, sehr einig übrigens. Erstaunlich, sind absolut leid, ich bezweifle es gerade. Ich komme mit Folge 2 jetzt, oder genau, zweiter Platz, mhm, genau, genau, also, äh, auf meinem zweiten Platz steht Staffel 2, Folge 7. Okay. Verwischte Spuren, be true to your school. Und es ist die Folge, bei der Nick, ein ehemaliges, äh, ein ehemaligen Fest, seiner Highschool, einer Highschool-Klasse besucht und merkt dann, dass seine ehemaligen Schulkameraden mit Drogen handeln und es ist so eine, Nick wird hier quasi mit seiner Vergangenheit konfrontiert, die er schöner erlebt hat, als sie vielleicht wahrscheinlich wirklich gewesen ist, Freundschaften tiefer erlebt hat, als sie wirklich waren und ich fand, dieser malerische Schluss und die Action war cool mit dem Boot, dass der explodiert, das ist doch in dieser Folge gewesen, oder? Ja, das hatte ich immer noch auf dem Schirm, dass das ein Fake war, hatte ich noch auf dem Schirm. Das ist egal, mir macht das einfach sauspass. Und am Schluss hast du diese Szene, wo Nick alleine auf dem Football-Feld steht und die Szenen, seine Spielszenen für alleine noch nachspielt. Das war auch emotional. Und das fand ich alles sehr stark, auch von Joe Penny sehr gut gespielt. Und Joe Penny ist für mich einer der stärksten Darsteller dieser Serie eigentlich. Ja, ähm, ich hab mir die alles ganz gut aufgeschrieben, äh, ich hab die auch schon ein, zwei Mal gesehen, ähm, fand das Finale ganz nett, ähm, ja, also ich kann's nachvollziehen, dass du die, die richtig gut fandest, hattest du ja auch, glaub ich, angedeutet. Ähm, ja. Okay. Dann komm ich mal zu meinem Spitzenreiter. Du wirst es dir wahrscheinlich... Wenn wir jetzt den gleichen haben, dann würde ich durchdrehen. Das zweifle ich sehr stark, weil ich glaub, du hattest ja da gesagt, von wegen, da bist du anderer Meinung. Das ist eine Folge, die mich schon seit, ähm, ich die das vorletzte Mal gesehen habe, extrem emotional catcht. Ähm, sie heißt im Original, ähm, Who really ever, äh, Watch the Sunset. Und ich hatte bisher immer gedacht, dass sich das auf den Fall bezieht. Das ist aber nicht der Fall, sondern das heißt in Wirklichkeit, ähm, wer schaut sich eigentlich wirklich mal den, den, den Sonnenuntergang an. Im Original heißt die Folge, äh, im Deutsch heißt das Der schleichende Tod. Und die Folge hat mich von der ersten Sichtung an immer wieder irgendwie berührt, ähm, allein schon, weil es darum geht, dass eine bereits totgesagte, ähm, die beauftragt, ihren Tod zu untersuchen. Und ich finde das einfach so emotional, ähm, mit Murray, ähm, er möchte gerne eine Freundschaft mit ihr haben und, ähm, möchte ihr gerne helfen und so. Und, ähm, ich finde die einfach, also, ich würde sagen, es ist, einerseits ist es ein Downer, aber andererseits ist es auch eine sehr lebensbejahende Folge, eine tolle Folge, eine tolle emotionale Geschichte mit sehr konsequentem Ende. Sehr, sehr konsequentem Ende. Und, habe ich irgendwie angedeutet, dass ich die Folge nicht so mag? Ähm, ich, ja, vielleicht wollte es mich auch auf die falsche Spur bringen, ich weiß es nicht ganz genau. Denn, ich habe dir auch eine 7 von 10 gegeben, aber da können bei mir auch reingespielt haben, eben, das ist auch eine sehr, sehr, ähm, das ist eine Folge, die vielleicht gerade in dem Moment nicht gepasst hat für mich. Für mich in dem Moment vielleicht gerade sehr traurige Folge, sehr nachdenklich, man wird, man redet über das Sterben nach und so weiter und so fort und ich liebe das Leben und keine Ahnung, ich verstehe, warum du die genommen hast. Äh, ich kann es völlig nachvollziehen, ähm, ist eine starke Folge, stark gespieltes Stück, halt eben diese Frau, die da mit den Jungs rausfinden will, wer hat mich vergiftet, zwar doch Gift, oder? Auch diese Sache mit dem, ähm, mit dem, mit dem Lebensmittelskandal, ich glaube, das war, da wollte man auch, glaube ich, ein bisschen in diese Richtung, ähm, ähm, sich engagieren, äh, für ein Thema, so, ich glaube, da hat man sich schon ein bisschen was bei gedacht damals. Das war ja in den 80ern, ne? Ich will nie Drehbuchautoren kleinreden oder großreden. Ja, ja. Aber das kann wirklich sein, dass das gerade inspiriert war von einem Fall, der vielleicht gerade existiert hat und man sagt, hey, wir könnten das gerade zu einer Folge verwurschen, lassen sie das machen. Ich verstehe, ich verstehe, bin völlig, ich bin bei dir, weil ich kann es verstehen, aber ich habe was anderes. Mein Platz 1, und das war, das war für mich, hm, ich wusste, als ich das Ding gesehen habe, die muss ich bringen. War für mich ganz klar. Okay. Ob auf Platz 1 oder 5, scheißegal, ich muss die bringen. Denn mir, wenn eine so kleine, alte, miefende TV-Serie mir einen Spiegel vorhalten kann über mein eigenes Denken, dann ist es was Spezielles. Und ich nehme jetzt hier Staffel 2, Folge 3, der Augenzeuge, Catch of the Day. Augenzeuge. Ah, das war das mit der Nixe. Ja, ich erinnere mich dran. Die Nixe. Aber die Nixe, da geht es ja um einen ehemaligen Sonderschüler, von dem alle denken, der ist ja nicht ganz 100, der ist begeistert behindert. Der lebt da am Strand rum und fängt Fische und kommt eines Morgens zu Nicken Cody gerannt, wie ich es in Erinnerung habe, und sagt, dass er eine schwer verletzte Nixe gesehen hat und so weiter und keiner glaubt ihm. Und da ist noch so eine Presse-Tante mit dabei, oder? Ja, und die, ja, 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 die sagt dann ja auch von wegen, wie könnt ihr von dem Geld nehmen und so und dann sagt er von wegen, ja, genau. Jetzt kommt der Punkt, als er gesagt hat zu Nicken Cody, hey, ich habe euch, keine Ahnung, 100 Dollar, das ist mein ganzes Geld, nehmt es bitte und investigiert. Meine Reaktion war, wie könnt ihr diesem armen Menschen sein Geld nehmen? Und dann, und das sagt die Presse-Tante danach eben auch, und dann zieht was Nick oder Cody, die haben mir die Hosen runtergezogen. Die haben mir gesagt, hey, Schlimmste, was wir diesem Mann antun können, ist ihn nicht für voll zu nehmen, indem wir ihm jetzt gratis einen Gefallen machen. Er will vollgenommen werden. und das hat, für mich war das einfach so shit, das war so eine Klatsche ins Gesicht irgendwie. Ich fand das, ich fand das gut, man hat mir da einfach mal mein Denken eine Falle gestellt und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, das ist für mich eine der besten Folgen. Ja, doch, kann ich, kann ich, kann ich verstehen. Aber, und jetzt kommt noch was anderes, denn ich muss das kurz erwähnen, es gab eine Episode, die hätte von der Benotung her, ich habe keiner Folge eine 10 gegeben. 10 heisst super duper Lieblingsfolge aller Zeiten, die schaue ich tausendmal. Es gab neuner und eine neuner habe ich nicht ausgespielt. Welche? Eine folgenschwere Verwechslung, Home for Christmas. Ähm, mit der Folge konnte ich so gar nichts anfangen, muss ich zugeben. Ja, sie ist emotional, aber mir fehlt da irgendwie so diese Krimi-Geschichte, so ein bisschen drin. Also, das war nicht meins. Zum einen, es war eine Weihnachtsfolge, ich war da schon drauf und dran, zu sagen, hey, das will ich mir gar nicht ansehen. Und da geht es darum, Nick will an Weihnachten nicht alleine sein, weil er halt niemand mehr hat, oder so. Quatsch. Nick will an Weihnachten, er will Weihnachten am besten auslassen, weil er einfach niemand mehr hat, weil, weil, er hasst Weihnachten, Punkt. Und wird dann von der Armee-Reserve eingezogen irgendwie, um einen Leichnam zu überführen. Und ich fand das schlussendlich mega stark gespielt, richtig gut gespielt von Joe Penny und dem Gast da. Es war kein üblicher Fall der Woche, es war wirklich so ein ganz tiefes Stück über einen Mann, der seinen Sohn verloren hat, einen alten Mann, seinen Sohn verloren hat, und einen Nick, der gerne wieder einen Vater hätte irgendwie. Ich fand das mega spannend, super gut gespielt, es war vielleicht Joe Pennys beste, beste Episode, aber es hat einen extremen Depro drin gehabt, einen Depro-Mode, wo ich gesagt habe, hey, bei allem Drama-Aspekt, ich kann das nicht in meinen Top 5 nehmen, das will ich nicht. Also bei mir ist es so, dass ich sehe hier gerade, was bei mir auf jeden Fall noch hinten übergefallen ist, ist der geschwätzige Mitwisser, allein schon, weil er eine richtig geile Autoverfolgungsjagd hat, das ist die Sache mit den Papageien, oder The Twisted Cross zum Beispiel, ist auch eine ziemlich gute Folge, unglaublich harte Folge, aber fünf Plätze sind fünf Plätze, das ist so. Also was ich noch cool finden würde, wäre, wenn wir so auf so ein, zwei Szenen so eingehen, die uns besonders gefallen haben, da würde mir jetzt nämlich zum Beispiel eine Szene einfallen, das müsste in der ersten Staffel gewesen sein, wo Murray auf eine Frau steht und Nick mit der was unternimmt, um sie zu schützen und die dadurch in Streit geraten und wo er, Nick am Ende zu ihm sagt, du weißt du, was toll an unserer Freundschaft ist, dass wir uns am Ende nicht irgendwelche Entschuldigungen abbringen müssen und so und du merkst wirklich schon, wie Murray da steht, der ist voller Scham und so und mit diesem Satz nimmt er ihm die Scham so, ich fand das so toll. Ja, in Sachen schönen Szenen, also Szenen, die mir geblieben sind, boah, diverse, zum einen ist mir geblieben, dass Stephen Jake Connells Gesicht einmal auf einer Zeitung zu sehen ist, das fand ich sehr witzig, das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn er mir das nicht gezeigt hätte, das stimmt. Oder so, ich glaube, Ende der ersten Staffel, genau. Mir ist geblieben, bei der Sache mit dem Liebesbrief von Murray, der Liebesbrief, dieser Rassismus gegen Araber, den es in dieser Folge gegeben hat, das war nicht schön, aber halt einfach ein Kind der Zeit. Mir ist geblieben die Action-Szene dieser Folge, wo einfach mal Nick droht, den anderen aus dem fahrenden Auto zu schmeißen, das hast du so auch selten gesehen. Da merkst du aber auch, wie, was er alles für seinen Freund tun würde, das ist, also die, finde ich auch klasse, die Szene, wo er sagt von wegen, entweder du redest jetzt oder ich rasiere mit deinem Kopf den Asphalt neu oder so. Es sind auch Sachen, wie, dass Murray mal ein Heft liest, das heißt A Man, what it means to be, also was es heißt, ein Mann zu sein und der danach so eine Persönlichkeitsveränderung mitmacht, wie Bad Pandy in der einen Folge, erschrecklich nette Familie, das fand ich großartig und auch dieses Harmonie-Seminar am Ende der zweiten Staffel fand ich super witzig. Ich finde diesen Monolog von Laurie so cool, so nach dem Motto, Nick, es ist ungeheuerlich, dass du eine Schlägerei anzettelst in einem Seminar für Harmoniesüchtige oder Harmoniesuchende. Das fand ich schon mal im letzten eine lustige Szene. Es ist wirklich, wirklich witzig. Da ist auch noch, was mir auch noch geblieben ist, die Sache mit den Melonen. Das hast du gerade nicht, okay. Als die Lieutenant Parisi kennenlernen im Supermarkt und das war eigentlich ein bisschen peinlich, aber es bleibt dir im Gedächtnis. Kann ich erklären, warum das so ist. Und zwar ist es so, ich habe mich ja mit einem Kumpel auch über die Serie unterhalten und der war so ungefähr auf gleicher Höhe und er wusste nicht, dass ich den Twist nicht mehr auf dem Schirm hatte und er hat mir quasi den Twist verraten aus Verbrechen aus Leidenschaft und deswegen habe ich dann gedacht, naja, die jetzt noch mal zu gucken ist jetzt auch blöd, die schiebe ich lieber auf und gucke die irgendwann noch mal. Ich erinnere mich aber an diese Szene, wo sie noch nicht wissen, dass das die neue Vorgesetzte quasi dann ist von der Polizei, wo sie dann beide mit ihr flirten wollen. Also da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Ansonsten war ja noch die Folge mit dem Zodiac Killer. Also für mich das ist ein Zodiac Killer Anleihe, der da die blonden Damen abstechen wollte. Das ist mir auch so extrem geblieben, wie krass es doch für mich war, dass schon zu Beginn klar war, dass er der Killer ist. Das war für mich Sekunde eins, dass der Killer, der festnehmen, 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 ja. Ja, das ist mir halt so geblieben davon, ja. Es ist, es war wirklich ein Riesenspaß. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich und zwar, hey, ganz ehrlich, wie schaust du jetzt auf diesen Rewatch zurück? Was bleiben dir für Emotionen, Gedanken? Fandst du den toll? Hat es irgendwie neue Einsichten in die Serie gebracht? Hat es irgendwie irgendwas verändert? Also, ich war erstaunt, dass ich mich an viele Sachen gar nicht mehr so genau erinnern konnte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die meisten Folgen zu gucken. Es ist allerdings in der Masse, ne? Also, man hat es ja relativ viel in einer Masse geguckt. Ich finde es immer schöner, wenn man das so ein bisschen auseinander gucken kann. Das war jetzt natürlich diesmal nicht der Fall. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Zettel aufheben, wo ich aufgeschrieben habe, welche Folge gut ist und werde dann vielleicht die guten nochmal irgendwann sehen, vielleicht auch die schlechten, wenn ich mal so, wenn man danach ist. Und die Serie natürlich jetzt erstmal nicht mehr gucken, weil ich habe sie auch erstmal wieder aufgefrischt. Kann jetzt erstmal eine ganze Zeit liegen bleiben. Eins möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Die Box ist ein bisschen luschig, kaum Zusatzmaterial bei. Das habe ich auch gedacht. Ich habe da wirklich gehofft, da ist irgendwie ein Special drauf mit Interviews, irgendetwas Kleines. Nein, leider nicht. Wie bei wirklich einigen Serien der alten Zeit der 80er Jahre, du findest da kaum etwas. Und dann verkaufen die einem noch der Koffer des Chinesen als Bonus-Folge oder so, das fand ich schon echt. Nee, 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 Quatsch, die Twisted Cross und die Koffer des Chinesen waren, glaube ich, als Bonus irgendwie vorgesehen oder so. Andererseits, P-Ducks hat da immerhin, wir müssen auch mal dankbar sein, kommen die Dinger irgendwie noch raus, diese Serien. Gewisse Serien haben wir unfassbar Mühe, die überhaupt zu organisieren. Ich sage jetzt mal Highwayman zum Beispiel. Ein Fall für Professor Chase zum Beispiel. Wie lange musste ich warten, bis ich endlich die knallharten fünf, meinen eigenen, konnte, die Original-SWAT-Serie. Automan, der Superdetektiv, wenn das Teil noch hieß, diese Dinge, wir können froh sein, wenn die irgendwie rauskommen und deswegen bin ich vorwiegend dankbar, aber wir haben doch jetzt ein halbes Jahr fast gehabt, etwa schon fünf, sechs Monate haben wir jetzt diese Serie geschaut. Es wäre schon schön gewesen, jetzt noch irgendwie das 100 Special irgendwo zu finden, aber du findest ja kaum Websites drüber, du findest kaum Material. Ich bin dankbar für jeden, der mir was mal geschickt hat über die Serie. Ich habe noch eine Frage, ist die Serie überhaupt noch irgendwie zeitgemäß? Das Frauenbild ist schwierig, ich glaube, man würde sie heute so nicht mehr drehen. Nein, kein Fall, kein Fall. Die Freundschaft ist vielleicht noch einigermaßen zeitgemäß, vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen toxisch. Ja, ich müsste mir aufpassen, was ich sage, dass ich keine bösen Briefe bekomme, aber wäre jetzt Netflix da hingegangen, hätte das Ding aufgefrischt, dann hättest du zwei Frauen, einen Mann, einer ist homosexuell, einer ist transsexuell, einer ist pansexuell, einer ist schwarz, einer ist weiß, einer ist gelb, einer ist grün, einer ist schweizer, einer ist, weißt du, jeder, es darf niemand vergessen gehen in der heutigen Zeit, weil sonst echauffiert man sich ja. Ja, man hat das Gefühl, sie wollen, dass man, manchmal denkt man, die wollen alles nachholen, was so viele Jahre lang versäumt wurde und, also ich finde das generell ganz cool mit der Diversität, aber die Frage ist, manchmal wirkt es so ein bisschen reingepresst und so, als wenn man so eine Agenda nur abarbeitet. Ich glaube, ne? Also das ist mein Problem, die Geschichten heute, fangen wir auf Netflix, das ist wirklich ein Abarbeiten von Punkten, damit sich keiner echauffieren kann. Wenn ich jetzt einen Millier-Film sehe, in dem halt vorwiegend in einer dunkelhäutigen Bevölkerungsschicht die Geschichte erzählte, dann ist das einfach so. Wenn ich aber jetzt einen Film im Berner Oberland drehe, die noch nie einen schwarzen Mann gesehen haben vielleicht, dann ist es halt auch so, dass da keiner ist. Das ist mein Problem, dass man überall zwanghaft versucht, jede kulturelle Schicht reinzubringen, dass es nur keinen Stress gibt. Und das ist so für mich so berechenbar, das ist ein berechenbarer Move. Ja, so ein bisschen anbiedern manchmal. Also ich, also wie gesagt, ich sehe das auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es, wie gesagt, einerseits gut mit der Diversität, aber gebe ich, ich gebe dir da recht, dass es oft eben auch Studios sind oder Macher, die dann einfach sagen, ja, wir müssen, um Quote zu machen, müssen wir da noch punkten und da noch punkten. Und wenn es dann so ein Herzensding wäre, dass man sagt, ja, mir ist es wichtig, mir ist es wichtig, dass es so und so ist. Aber ich glaube, dass es oftmals einfach nur Kalkül ist. Und das finde ich viel, viel problematischer, als die ganze Diversität, die ich generell finde. Ich habe absolut kein Problem damit, sollte Idris Elba James Bond sein. Im Gegenteil finde ich cool, mach doch. Ich habe kein Problem damit, als bei Star Trek Discovery die beiden Hauptfiguren, die man zuerst mal gesehen hat, das waren eine schwarze Frau und eine asiatische Frau, Michelle Yeoh und die andere als Walking Dead halt, wo ich den Namen schon vergessen habe, weil es sehr schlecht war. Aber da hat es einen riesigen Shitstorm gegeben von Männern, die haben das angegriffen. Schwarze Frau, gelbe Frau, kein Mann geht gar nicht. Also kein weisser Mann in der Serie geht gar nicht. Ich habe es nicht verstanden, warum man da so reagiert hatte, aber ich habe nur ein Problem damit, wenn man versucht, mir künstlich was aufs Auge zu drücken, wo ich einfach weiss, dieser Freundeskreis kann nicht so aussehen, den ich da sehe. So ist es einfach. Es ist nicht real, was ich sehe. Und das ist so mein Problem, oder? Und das, wenn ich eine Geschichte dann nichts mehr abkaufen kann. Hier eine uralte Serie, die für mich jetzt für ihre Zeit steht, das waren die 80er, wo Freundschaft hochgeschrieben wird, wo eine Freundschaft zwischen zwei Typen wie Cody und Nick mit Murray funktioniert und das wird nicht mal hinterfragt. Murray ist hundertprozentig akzeptiertes Mitglied dieser Gruppe, er ist vielleicht sogar das Gehirn dahinter. Wobei ich es, es gibt schon so die ein oder andere Szene, sage ich einfach mal, wo ich ihn ein bisschen außen vor sehe, wo er dann mal weggeschickt wird oder so. Ich glaube, er ist nicht hundertprozentig gleichwertig, aber andererseits bringt er halt das ganze Genie mit. Aber das wird ja auch dann in den Folgen thematisiert, zum Beispiel der Wettstreit, wo es dann darum geht, wer dann der Wichtigere ist und so weiter. Und aber trotzdem, wenn du siehst, was die Cody und Nick für ihn alles machen für Murray, wie sie ihr Leben riskieren für ihn, also ergo ist er gleichwertig. Das macht, aber das würde er genauso machen, ne? Also, ich sage ja, das ist einerseits eine richtig gute Freundschaft, aber andererseits ist sie manchmal auch toxisch, aber vielleicht ist es zwischen Männern auch so, dass es manchmal auch toxisch ist. Ich glaube, diese Toxikalität, die kommt dann halt auch aus diesem Wettkampf, wenn es um Frauen geht. Das stimmt. Wo halt jetzt mal Cody und Nick auf diesem Feld sehr erfahren sind und halt der Murray als, er ist halt auch der Lustige der Truppe. Die Figur ist so geschrieben, dass sie nerdig und irgendwie so witzig ist, mit einer genialen Lache übrigens. Grossart, wie der lacht, auch im Deutschen, im Englisch ist egal. Das muss so sein. Der wirkt auf diesem Feld unbeholfen. Ergo hast du zwar immer so diese beiden Alpha-Männchen, Nick und Cody, die da ihr Affending machen fast schon und halt den zurückgezogenen Murray halt dahinter. Es ist eigentlich sehr natürlich, was wir da sehen. Vielleicht noch am Rande erwähnt, der Synchronsprecher von dem Murray, der hat auch gesagt, dass das seine Lieblingsfigur ist, die er gesprochen hat. Ja, voll. Verstehe ich auch. Der hat das, glaube ich, richtig geliebt, das zu machen. Du kriegst das auch gut mit. Hast du alles auf Deutsch geguckt oder guckst du auf Englisch? Ich habe vieles auf Deutsch gesehen, ein paar Dinge auf Englisch. Okay. Aber ich sage immer, ich schaue, ich rede den ganzen Tag Englisch. Ich habe abends keinen Bock mehr, mir noch groß was Englisch anzusprechen, bin ich ganz ehrlich. Ja, das kann ich verstehen. Das ist wirklich so. Und das Deutsche macht, die Synchrom macht ja auch das Ikonische aus, denke ich mal. Aber eine Frage habe ich noch mal. Du hast ja gesagt, dass du nur noch so schwammig das so in Erinnerung hattest, was in den Folgen so passiert, ne? Kannst du noch ungefähr sagen, wann dein letzter Watch war? Das war größtenteils der First Watch. Ach so. Also nie gesehen. Ich habe die erste Staffel mal vor, als die erste DVD-Box rausgekommen ist. Ja. 2010 rum oder so. Okay. Das ist auch schon Zeit lang her. habe ich zum ersten Mal ein bisschen die Serie verfolgt und es dann aus den Augen verloren irgendwie. Es war aber auch im Zuge dessen, dass ich gerade ein paar Jahre zuvor zum ersten Mal Starsky und Hutch komplett gesehen habe. Und ich war da komplett begeistert davon von so einer alten Serie, die ist immer noch großartig. Und habe was Neues gesucht, was halt ähnlich war und habe es hier nicht ganz gefunden damals. Replik muss ich sagen, da bin ich saufroh, habe ich diesen First Watch für dich Rewatch jetzt gemacht, einfach um mal ein richtiges Bild davon zu haben. Und das wollte ich jetzt auch mal fragen, wie weit oben steht denn Riptide in deiner Gunst? Eine deiner Lieblingsserien oder wie wüsstest du es ansiedeln irgendwie? Das ist extrem schwer zu sagen, weil es gibt halt auch Serien, wo mein Herz immer noch dran hängt oder die für mich als Kind alles bedeutet haben, wie zum Beispiel Nightrider, die jetzt aber deutlich gesunken sind. Trio mit vier Fäusten ist eigentlich ganz gut gealtert. Man kann das immer noch ganz gut gucken. Ich würde es immer noch als gute Serie bezeichnen, aber wie ich es schon sagte, ich kann keine Toplisten machen. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, Der Lehrer ist zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsserien. Da wüsste ich genau, die würde in meiner Topliste hundertprozentig drin sein. Okay, alles klar, alles klar. Aber du magst das Trio extrem, das reicht ja. Ja klar, auf jeden Fall. Sehr gut. Hättest du eigentlich gerne mehr Episoden gehabt oder war das jetzt genug? Wenn man das Finale genauso konsequent gemacht hätte, ja. Also das Finale finde ich, das rundet die Serie sehr, sehr gut ab. Klar, mehr Action, man hätte dann halt noch mehr Folgen und kennt die Serie halt, es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt 140 Folgen hast oder ob du 56 Folgen hast. Ja, schon. Ich bin der Meinung, man hätte noch mehr Geschichten erzählen können. Ich bin auch der Meinung, dass dieser lockere Ton der ersten beiden Staffeln, der letzten Staffeln ein bisschen gefehlt hat. Das ist mir bei der dritten Staffel total aufgefallen. Die ersten zehn Folgen oder so waren das fast. Ja, das ist irgendwie, diese Lockerheit hätte man vielleicht zurückbringen können oder einfach, hey, mach doch eine vierte Staffel, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, warum die Serie abgesetzt worden ist, warum man sie verschoben hat auf diesen Sendeplatz, so ein totes Sendeplatz für Serien. Sehr, sehr schade, aber sind wir doch mal dankbar für 56 Folgen. Es war nämlich ein riesengeiler Spass. Auf jeden Fall. Langsam, bevor wir zum Abschluss kommen, will ich noch ein paar Dinge loswerden und zwar ein paar Websites und Kanäle, die ich hier nennen will. Das Nostalgie Crime Board, das 80er Forum und ich werde auch das alles verlinken in den Shownotes, müsst ihr nur runterscrollen, auch das A-Team Forum, wo ich mir vorstellen könnte, das sind alles deutsche Seiten, wo man mal in dem Off-Topic-Bereich über Riptide reden könnte. Ich will und muss erwähnen, den Instagram-Kanal peer-underscore-56-underscore-one-sixt. Das ist eine deutsche Dame, die Steffi heisst die, glaube ich, die betreibt das und die führt da quasi die Story vom Trio mit Für Fäusten weiter. Mit Minifiguren und zwar richtig geil gemacht. Also die hat wirklich so, ich kann das keinem erklären, die hat die ganze Riptide, glaube ich, nachgebaut, das Innendesign zumindest und hat Murray, Cody, Nick, Parisi, die führt das ein bisschen weiter. Also ich finde es toll, dass jemand sich die Mühe macht und wirklich sau detailliert, die Riptide von innen sieht verdammt geil aus. Ich finde das richtig, richtig geil und deswegen will ich Sie auch nochmals herzlich grüssen. Sie hat mir den einen Artikel auch geschickt zur Serie. Steffi, vielen Dank dafür und gerne nochmals das Buch Ein Kult für alle Fälle von Niklas Hoffmann und Klaus Raab. So ein bisschen das Werk, wer sich für die 80er-Jahre-Serien interessiert, holt euch das Teil, solange es noch gibt. Einfach eine spassige Unterhaltung mit unseren alten Helden über die alten Serien. Sehr, sehr, sehr geil. Oder, Michael? Ja, auf jeden Fall. Ich bin durch. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin durch. Wir lassen schon die Katze aus dem Sack. Michael und ich haben vor dem Aufnehmen noch gesprochen, dass das so ein toller Spass war. Wir werden auch eine weitere Serie besprechen. Wir wissen fast schon, was es ist. Wir sagen es aber noch nicht, falls es doch irgendein Problem mit der Beschaffung der Serie sein sollte. Aber wir werden uns in ein paar Monaten wieder zusammenschliessen für eine andere Serie aus den 80ern. Stay tuned. Es wird kommen bei Action Kult. Ja, für euch alle da draussen. Trio mit vier Fäusten. Geile Serie aus den 80ern. Holt sie euch, solange ihr könnt. Die Boxen sind auf Amazon zu finden. Pidux hat das Ding nochmals neu aufgelegt vor einigen Jahren. Holt euch die Serie. Ich finde, sie ist es wirklich wert. Es ist kein Breaking Bad, aber es ist die perfekte lockerer Unterhaltung. Stellenweise mit wunderbarem Tiefgang. Gebt es euch. Habt Spass damit. Hört Action Kult. Bewertet Action Kult und das Podcast bitte mit fünf Sternen, weil wir brauchen das. Wir haben ja sonst keinen Lohn für uns Arbeiten hier. Und Michael, vielen Dank, dass du wieder zu Gast warst. Und was ich schon sagen will, ich will mit dir demnächst mal Speed 2 besprechen. Ich sag's dir, das müssen wir mal machen. Ja. Das wird dann etwas konträrer als heute, denke ich, werden. Ja, weil irgendjemand das Ding toll findet und irgendjemand vielleicht nicht. Wer? Wissen wir nicht. Wir werden sicher mal drüber reden, vielleicht sogar in baldiger Bälte, falls wir mal Zeit finden. Ja, wir freuen uns natürlich über Feedback zur Serie und vielleicht auch zu einzelnen Folgen, weil das ist immer total spannend, sich auszutauschen, finde ich. Ich werde jedes Feedback an dich weiterleiten, Michael, dass es reinkommt. Und ja, meldet euch, ihr könnt uns schreiben, Instagram, auf Facebook, auf Twitter, einfach melden, Action Cult und dann schreiben. Alles klar. Macht's gut da draußen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschaui. Tschüss. 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 Tschüss.